hello my friends it's me platino maiko nein spaße servus freunde was geht ab ich wünsche euch viel ich wollte schon sagen viel erfolg beim zuschauen von meinem ersten stream zu lies of pee ich wünsche euch viel spaß zu meinem ersten stream von lies of pee eigentlich mein zweiter aber ich habe mir gedacht die fangen von vorne an weil der erste stream war richtig für den arsch ich habe nicht gewusst was ich nehmen soll was ist jetzt wieder nicht ich werde jetzt die rapierklasse wieder nehmen und dann soll es funktionieren beim ersten stream war ich ziemlich schlecht unterwegs was auch meine geduld und meine laune anging und diesmal wird es besser laufen ich bleibe einfach ruhig und gelassen und dann sollte es laufen genauso wie meine stimme gerade ist so sollte auch mein gameplay hier verlaufen und dann wird es ganz okay so scheiß drauf ist er geschrumpft oder ist er geschrumpft der linke oder der rechte ich denke ich habe durchfall oder so ich muss gerade noch ein bisschen drücken so wie gesagt ich fange jetzt von vorne an werde doch die rapierklasse nehmen weil mit dem großschwert das ist das ist nichts das ist auf dauer bei bloodborne ging es gut das war auch das einzigste spiel bei den anderen games bin ich damit untergegangen graphic focus of performance camera bewegung schmerzen bewegung schmerzen bewegung schmerzen 10 meter bewegung schmerzen bewegung schmerzen bewegung auch in honor of the great bride carlo colotti carlo a teddy sales carlo corlotti carlo corlotti who the fuck is this wahrscheinlich der der schreiberling here for them ganzen gets here so weit okay ich denke es ist okay heute ich hoffe mal besser wie gestern muss sagen ich hatte in gestern sehr miserablen tag in dem game ok war jetzt neues spiel und werde jetzt doch die rapier klasse nehmen denn ich muss sagen es wäre wahrscheinlich schon von vorteil die klasse liegt mir auch besser ich habe gestern ein paar kleine fehler gemacht die werden wir heute nicht passieren und dann sollte es klappen kommt richtig spaß mit dem blitz nach kann ich mir gut vorstellen aber die Straße sind nicht sicherlich es wird dir helfen das wird dir helfen Das war's für heute. Oh, fuck's it? ich habe auch so meine probleme mit dem großschwert weil wenn die leiste weiß ist vom gegner und ich dann diesen stoß machen möchte also ich habe meine probleme damit es hat immer zu lange gedauern was gelevelt das war nur vielleicht mal die sachen anschauen ich bekomme ich habe es schnell ja genau das stimmt das problem ist man kann danach nicht großartig viel umstellen weil wenn du einmal angefangen hast die punkte sind ja vergeben und du kannst auch nicht zurücksetzen das ist halt ein bisschen so ja ja punk müssen halt weg na ja 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 Das war's. Okay. Warum hat das jetzt nicht geklappt, ey? Warum stehe ich jetzt nicht? Egal. Das blocken, 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 blocken. Das hat schon funktioniert gerade, aber ich muss noch ein bisschen das verbessern. Ein bisschen. Also davon habe ich auf jeden Fall genug. Okay, danke Sophia. Okay. 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 Das war's. Ach, ist mir ruhig, der YouTube immer mit seinen Sachen, die mir da geschickt werden. So, ich brauche... Oh, jetzt geht's ab, ey. Ich sag's euch. Jetzt haut YouTube wieder rein, ne? Jetzt gibt's erst mal wieder 20 E-Mails. Das habe ich gestern vergessen. Jetzt reicht's mir. Einen Moment, das nervt. Ich mach mal Handy auf Flugmodus. Das Handy nervt. Ich mach's noch anders da. Ich schmeiß es gleich weg. So, ein Level wieder. Oh, wie geht's hier? Wie geht's hier? Schmeiß ich drauf? Schmeiß ich drauf? Echt? Echt? Wo bist du? Da gönnt sich jemand richtig ey Krass Abendbefehl Boah So An dem könnte ich eigentlich üben, ne? Müsste ich eigentlich auch Leid Echt? Da bin ich nicht Was ist der Hellesplan? 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 Was ist er? Was ist der Hellesplan? 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 Vielleicht liegt es in symptoms. Du hast dafür Fallen gewonnen hat. whey.. weh.. ihhhh nee passt dann doch nicht zu mir passt dann doch nicht zu mir Stille Liebe 2 ich denke mal hier ist es sowieso so eine sache man soll sich nicht auf eine waffe hier fixieren sondern auf mehrere habe ich so das gefühl das ist dann wieder von gegner zu gegner unterschiedlich so Schauen wir mal, ne? Bleib heute einfach etwas geduldiger wie gestern, aber gestern Abend war halt auch schon, äh, so, äh, äh, ähm, ja. Ich darf mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gar nicht, nicht mal ein bisschen. Ich wollte es ja sehen. Oh, welche Seite ist das wieder? Schon wieder die? Ja, genau. Ja, das... Ich meine, es ist ja eigentlich immer so... Es ist nicht eigentlich. Es ist ja immer dasselbe bei den Souls Games. Nur bei mir ist es halt immer so wetter- und tagesabhängig. Na? So wie gestern Abend, dann brennt mir die Sicherung durch. Und dann, haha, und dann ist eigentlich schon, schon, äh, so, ja. So braucht, braucht man gar nicht spielen. Na? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Geduld ist das A- und Oberseuchenspiel, das weiß ich. Geppetto! 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 Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you! I heard about it. I'll know my way, okay. Okay, dann lasst uns jetzt erst mal das hier machen, ne? Genau. So an sich ist es ja echt gut, das Game, ne? Also ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall klasse. Na, für 60 Euro? Was hast du bezahlt, silent, auf dem PC? Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder hinterhergeschmissen bekommen, oder? Auf dem Rechner. Kann das sein? Ich hätte auf dem PC. Ich bitte nicht. Hast du nicht. Ich glaube, es ist nicht gut, aber er ist gut. 50 euro es geht klein das ist auf jeden fall sehr gut und der teddy wird es aktuell quasi umsonst spielen ein game pass der game pass ist klar geil habe ich auch noch aktuell aber ich spiele keine xbox mehr kreisch 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 Brotherhood, I hate these guys, but don't be alarmed, my name is Jim, we'll talk later, but we're safe. We'll be right back. Elysian Boulevard was a regular rich people row, you wanted fancy boutiques and shots, but that was a long ago, before the puppet frenzy. So, now we're doing everything. First comes the dog. There he is. Yes, there he is. One. 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 Two. alles easy das ist doch deine sache ne jedem seins du spielst halt eher pc bist doch auch geil bist halt nicht eingeschränkt ne das ist halt der riesengroß vorteil du kannst spielen wie du willst kannst selber entscheiden wie vielleicht wer ist welche auflösung bei uns ist es halt immer so ein bisschen alles neu ja ja ich spiele neues servus soto alles so vorgegeben ich spiele wieder ich habe wieder von vorne her angefangen ich spiele doch wieder mit dem rapier wegen den exklusiv titeln aber kannst du lässt sowas spielen oder nicht richtigen klein lässt sowas gibt es ja ist ja nicht schlimm oder ich spiele die kommen halt ein jahr später aber sollen halt trotzdem nicht so der burner sein der last of us der pc port der war nicht so gut da habe ich mal gelesen ich spiele ich spiele das ist mir zu langsam und ich muss sagen das parieren das muss sitzen das parieren ich muss ehrlich ich bin sowieso eher so ich mag es wenn alles so schnell geht aber das parieren ist wenn man das halt drauf hat ist es halt schon ein riesengroßer vorteil ne riesengroßer vorteil ne riesengroßer vorteil ne weil mir ist auch gestern aufgefallen ich habe mal so überlegt das ausweichen das ist auch nicht schlecht na nur das problem mir ist gestern aufgefallen wenn ich ausweiche na und ich gehe jetzt ich mache so ein ausweichen ich gehe jetzt auf nummer sicher dann muss ich immer noch mal zum gegner das dann kann ich schlagen ich verliere einfach so viel zeit einfach so viel zeit und irgendwie da war das dann halt es sieht halt irgendwie nicht so es ist irgendwie nicht so dass ich weiß nicht das parieren das muss schon das muss das ja parieren das muss sitzen das muss ich mir ist auch vorhin aufgefallen den ersten boss habe ich ein paar mal pariert du kannst parieren und kannst halt gleich du kannst gleich zustechen und beim ausweichen du musst halt ausweichen du musst halt ein kleines bisschen warten und verlierst halt aber zeit in der in der zeit wo du dann parierst da kannst du noch ein paar schläge machen es ist halt alles schon ganz anders ne und ich muss sagen mit dem großschwert ich fand es ich fand es echt gut aber irgendwie dann lieber noch einen ticken schneller auf jeden fall und dann übe ich halt das parieren solange bis ich es halbwegs drauf habe dann ist es halt so die ich muss mir einfach zeit nehmen die nehme ich mir jetzt auch ich bleibe jetzt auch bei dem bild und fertig platten nicht zu gierig genau der ist gierige der ist gierige mann ich habe gestern gestern war nicht ich werde gierig ich sehe der gegner hat nur noch einen millimeter balken und dann haue ich da nur noch drauf ach Leute okay Okay... Okay... Oh... Oh... It's huge... It's amazing... Oh... 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 Nein, bei dem übe ich das einfach. Aber das ist wirklich ein knappes Fenster ist das ein kleines, ne? Krass, Mann, ey. Bei dem wäre es eigentlich am besten zum üben, ne? Aber ich denke mal, parieren ist nur antippen wahrscheinlich, ne? Nicht wie ich. Ich halte, glaube ich, schon wieder. Ich halte, glaube ich. Oh, nein. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich jetzt rübergeguckt habe. Du kannst demnächst, ich weiß, ich weiß, wo, da gibt es eine Stelle. Alles, du kannst doch gar nichts dafür. Hier, ich habe doch rübergeschaut, oder? Ja, guck mal, ey, Teddy. Einfach abgelenkt. So, die wollte ich noch mehr. Mitnehmen. Und ich jetzt wieder hier hin. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig jetzt, ne? Gleich, gleich her damit. Ja, dass ich das schon mal hab. Da, das muss ich jetzt wissen. krass Mann ey, wenn man das so spielt, echt, das ist so richtig Dark Souls, schon mehr wie so ein Souls-like. I wish we could play together, like we used to. Hello? So, jetzt wird es gleich Probleme geben. Noch nicht. Genau, Murphy. Krass, ne, du kleiner. Ne, 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 ne. Nochmal. Nochmal. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ist das eine Butterfly? Warum reagiert die Ergo so? Wenn du es willst, dann kannst du es sehen. Ich hoffe, dass alle sicher sind. Ich kämpfe jetzt gleich noch mal gegen dir, aber ich wollte nur mal zu dem Checkpoint hier. Ich habe es schon heute installiert. Und morgen werde ich auch damit anfangen. Aber ich habe noch nichts im Store gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel etwas kostet oder nicht. Das Spiel ich mal eine DLC erst so rum. Ich weiß es nicht. Was ist der Kruppel? Was ist der Kruppel? Der Kruppel ist. Er ist verkauft. Auch heute geht es. Ich versuche, ich werde некоторые über die Fußballspolen zu machen. Ich kann es genau zusammenleben. krass mann ey, das ist so kurz, so klein, dieses Parierfenster mann so eng ist das ne eng ist, ja das stimmt, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es hier etwas größer wäre halá Was ist das? Du Krüppel! Krass Mann ey! Er ist so schnell, ne? Das ist nicht einfach, ne? Bei dem anderen, der haut sofort zu. Der ist sofort! Aber ich geh jetzt erstmal zurück. Ich verbessere ihn erstmal. Der ist nicht ohne, ne? Oh ja, I'm aware of. Pick up. Ich benutze meine Pau... Ich benutze meine Pau... Ich benutze meine Pau... Ich benutze meine Pau... oh ich hätte gerade gedacht das spiel ist abgestürzt aber hier läuft alles nicht gut zum letzten spiel zu dem was ich gespielt habe zu der crew was mir öfters abgestürzt ist also die parier ich ohne probleme außer jetzt hier direktiv was weiß ich wie es ist ein richtiger kruppel ich sehe es auch wenn ich das parieren verkackt und ich block dann am ende trotzdem das sieht trotzdem voll viel ab der ist so richtig schwer einzuschätzen macht er jetzt einschlag oder macht er drei jetzt habe ich hier schon balken verloren so kassi ich darf mich nicht aufregen völlig behindert einfach der ist richtig egal alles gut egal das ist mir wurscht nochmal war ja ja jetzt habe ich schon viel verloren jetzt schon ja 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 das dauert alles seine Zeit ne ich so ich geh jetzt nochmal hoch ja aber jetzt kommt ja gleich der Esel der Esel richtiger Esel crazy ey ey wenn du das parieren drauf hast in dem Spiel na das ist das ist ja göttlich ne das muss ja ich würde in alle richtungen abspritzen wenn ich das perfekt drauf hätte aber das dauert noch ne so jungs nicht schon wieder kein Bock kein Bock kein Bock ja 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 das ist ja 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 den Film Daddy Grandpa, wo die in das Geschäft rein laufen und dann kommt der Ladenbesitzer mit der Pferdemaske. Was ist das für ein Traum oder ein Traum? Da! Stop showing up already! Die Eselsmaske, ich finde die so lustig. So lustig. Geppetto, hallo, mein Freund. Geppetto, hallo, 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 hallo. Nein, ich bin der, ich helfim. Aber in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me? Nein, ich will dir nicht helfen. Die Maske, ich finde die so geil, ey. Oh man, eigentlich ist sie nicht geil, weil es ist ja eine Eselsmaske, ne? Aber... Aber... Ich will dich hören. Okay, ja. Eselsmaske. Das war 2800 Punkte. Okay, gleich kommt ja der nächste Boss, ne? Ja. Gestern habe ich, ich mache ihn aber heute alleine. Ich schau mal. 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 Da waren es vier. Ich montiere. So, ich gehe auf die Toilette schnell. Eine Sekunde. Ich schau mal. Hallo? Ich schau mal. getss anesthetziert. Schwier Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kross! 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 Das stimmt, Kind One. Du hast mir mein einzigen Wünsch gegeben. Mein liebster Wünscher. Wir werden jetzt glücklich sein. Danke, Kind One. Ich würde sagen, ab zum Boss. Wenn du so stehst, dann tötest du dich natürlich, mein kleiner Freund. Ich habe was vergessen. Ich kann nicht durchlaufen. Ich kann nicht durchlaufen. Der Boss, der Boss, der Boss. Ich habe schon vergessen, welcher Boss das war. Weil ich glaube, ich weiß auch warum, weil ich gestern mit dem Geist gespielt habe. Genau. Okay. 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 ist das Robopop sein Vater oder? Das ist das Robopop. Nein. 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 Das ist mir wurscht. Die Zeit nehme ich mir. Nein. Nein. Egal. Egal. Der ist richtig unangenehm. Gestern habe ich den mit dem Geist gemacht. Der hat es auch beim ersten Mal funktioniert. Weil der Geist dabei war. Ich hatte auch eine sehr starke Waffe. Aber dieses Mal ist es ja anders. Das wird jetzt nicht so leicht werden. Oder ich... Ich... Ich versuche es mal anders. Ich versuche vielleicht nicht mal alles zu verlieren. Das würde ich sowieso nicht schaffen. Sondern einfach... Wenn er den Schlag... Vorbereitet. Einmal links. Einmal rechts. Dass ich vielleicht versuche hinter ihn... zu kommen. Weil er so groß ist. Weil er so groß ist. Was ist jetzt? Was? Was... WIRCH! Ich bin jetzt schon ganz Antein. Einmal rechts. WIRCH! Was ist ja... Was ist ja... Nein. Nix! Ja, also... Das muss ich wissen. Das ist alles nur Übung. Alles nur Übung. Oh shit, jetzt kommt das noch. Zu früh. Zu früh. Bei dem einen war es zu spät und hier war es zu früh. Ich weiß, wenn der Geist dabei wäre, dann wäre ich wieder kein Problem. Okay. Ich habe den Geist dabei. Ich bin kein Problem. Ich habe kein Problem, aber ich würde mich fragen. Das ist alles, was ich nicht mehr zu spät. Oh shit! Nein! Nein! Nein, 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 schon wieder Krass, dieses Blitz jetzt, ne? Donnerstrom, wie auch immer Ey, so wird es funktionieren Das klappt schon Das ist üblich Wenn ich nochmal fünfmal sterbe Ist halt so, ne? Sch! 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 Jetzt packt er mich noch. Ne, ist das nicht übertrieben, dass er mich einfach packt, ne, als wäre ich so ein kleiner Hund, dieser Bastard, das soll man sich nicht aufregen, so richtige Bastardattacke einfach. Egal. Er packt mich einfach und haut mich da auf den Boden, als wäre ich so ein Spielzeug oder so. Oh nein. Das war's für heute. ... ... ... ... ... Laha wappen mal ey Egal 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 Nochmal ... ... ... ... ... ... ... Sonntag. Das war ein bisschen was. Das war's. 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 in der Hölle ich komme mit dem Doppelschrift in der Fabrik Null Club ja bei mir ist alles fit soweit es wird immer besser es wird immer besser es dauert seine Zeit einfach obwohl ich muss sagen vielleicht wäre bei dem ausparieren und ausweichen besser kann muss nicht das mache ich sowieso nicht ich wollte mir wohl die Zeit nehmen dafür nicht so wie gestern gestern wollte ich schnell 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 ich schaue ich schaue ich schaue ich schaue ich Zu früh, ich mach sie immer zu früh. Zu spät. Dann kommt der Blitz noch, fuck you man, das nervt mich einfach, du kleiner Krüppel man, er macht Blitze, er macht alles wieder, wie soll man sich bei so nem Scheiß nicht aufregen, ich kann das nicht, nervt mich so scheiß Pussy Game einfach. Ich hasse, Mann, ich hasse das, ey, ich kann das nicht, nein, es langweilt mich, er kann wieder alles einfach. Ich glaub, ich soll aufhören, so nem Pussy Scheiß zu spielen, ne, am besten ich sollte Boxspiele zocken, eins gegen eins im Ring, ne, jeder hat dieselben Voraussetzungen, aber nicht sowas. So was soll ich zocken, ich sollte anfangen Taggen zu zocken am besten, oder UFC, oder? Nervt mich, ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab nur ein Eihnhose, deswegen muss ich noch Blitz benutzen, ne? Ne? Nein, jetzt... Achso, das war nett... ...zu früh? Nein, jetzt verkack ich das wieder! Hey! Was? Was hab ich? Ich hab schon viel zu viel verloren. Viel zu viel! So, dann machst du wieder das, ne? Ja, du eierloser Wichtmann! Ich muss, ich weiß gar nicht! Ich muss jetzt ausweichen! Ausweichung probiere ich! Das ist so ein... Das ist ein richtiger Hurensohn! Ich kann's nicht... Bei mir ist schon genug! Bei mir ist genug! Weil ich muss mich hier aufs Ausweichen konzentrieren! Ich darf noch parieren! Ich darf dies, ich darf das, dies, das! Das geht mir schon wieder auf die Eier! Das nervt mich einfach! Vielleicht mach ich's mir auch zu kompliziert! Das ist ein richtiger Bastard einfach nur! Krass, Mann! Kannst du... Diese zweite Phase ist so für den Arsch von dem, ne? Ist mir egal, ich mach's! Ich mach's! Ja, ich mach's mir! Ja, ich mach's mir! Ich mach's mir! Zu früh, fuck. Ey, warum drück ich parieren, wenn ich es nicht mag? Da, schon wieder. Ich drück genau wie immer. Hab keinen Bock mehr, das nervt, Mann. Was ist denn das für ein minimales Fenster? Das ist voller Spassi einfach, Mann. Cool, ich hab mir jetzt genug aufgeregt, reicht wieder für heute. So, ich konzentriere mich jetzt mal wieder. Okay. Ja. Okay. 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 So cool, it's so cool. Da, schon wieder, ich weiß gar nicht, warum drücke ich das überhaupt nicht? Warum drücke ich überhaupt nicht? noch einmal, töten mich, töten mich, probier es mal anders, probier es einfach anders, probier es einfach anders. Wenn ich den mit dem Geist machen würde, würde ich es ohne Probleme schaffen. Weil der Geist hängt ihn und ich haut von hinten drauf hin, blöder. Aber das ist nichts Sinn und Zweck für mich. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und wenn ich das Spiel noch zweimal danach durchspielen muss, dann muss ich es auf jeden Fall können. Nein, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich bin schon wieder auf jeden Fall. Ich bin schon wieder auf jeden Fall. Das meine ich einfach. Ich weiß gar nicht. Wie willst du dich darauf konzentrieren? Ich bin da nur mit Daschen und Ausweichrolle hier, Ausweichrolle da. Weil hier am besten mache ich noch einen Rückwärtssaldo, dass es lustig aussieht. Na, oder so, so, ich weiß es nicht. Vielleicht doch mit Ausweichen. Vielleicht wäre das doch besser. Vielleicht soll der zweiten Phase nur ausweichen. Ja, ich... Ach Leute, ich drück... Ich schwör's euch, ich drück... So genau wie hier drück ich auf. Genau dasselbe. Ja, ich hab schon wieder parieren gedrückt. Ja, ich hab schon gar nicht mehr probieren. Ich hab fast keine Träger mehr. Ja, ich hab also auch besaufen. Ja, ich hab jetzt jemanden. Ja, ich hab's pos imposiert. Esсл algun. Genau. ne egal, was noch mal noch mal noch mal noch mal ist halt so ne so 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 okay fall immer auf die selbe rein ich fall immer auf die selbe rein come on, immer des selbe Reis immer des selbe Wat ? ? ? ? ? ? ? Das war das hier. ok 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 mit ausweichen ausweichen definitiv besser ausweichen bei dem schlag von oben dann parieren und wenn er die links rechts kombo macht parieren ja das kannst du nach stecken ist es selber steck sie in den arsch alles gut alles gut ihr wisst ja übung macht den meister der ist wirklich knackig knackig wie wiener würzig wie frankfurter so klappe jetzt so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich parier den Schlag, ne? Das meine ich einfach... Das meine ich einfach... Das meine ich einfach... Das meine ich einfach... Ach komm, das ist... Ich müsste nach hinten ausweichen, zweimal, dass der Strom mich nicht trifft und er nicht und dann müsste ich wieder warten, bis ich zum Zug kommt. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse sowas. Das ist scheiße, ist das. Das nervt. Das ist... Das ist Pussy mäßig. Ich muss zweimal nach hinten ausweichen. Was soll ich dann wieder 300 Jahre warten, bis ich angreifen darf, oder was? Ich mache das jetzt mal. Ich fahre ich mal nach hinten aus und ich gucke jetzt einfach zu wie der Pussy und warte, bis er wieder was macht. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 zu spät das meine ich, ich darf nach hinten hab dir das, das nervt einfach so müsste ich die ganze zeit spielen das ist langweilig doch, seid mal ehrlich man ausweich simulatoren oder was man es reicht doch wenn ich eine attacke ausweich zwei sehe ich auch noch eine aber nett der macht noch einen blitz ich darf zweimal nach hinten hallo ich will auch mal das ist so sagen wir nur behindert ist das ich kann das nicht, bei mir läuft das nicht so wie bei ihm ich kann keinen blitz auf dem boden machen aber er ist schon wieder der übergott auf jeden fall hässlicher ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe so gut angefangen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 es nervt mich das ist ich es nervt mich vielleicht soll ich muss mal anders probieren das nervt mich hier zieht sich so in die länge gegen ihn er läuft gegen die laterne im Nein, jetzt habe ich den sogar verkackt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich brauche das gar nicht in die Länge ziehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, fast. Ich bin so lange zusammen. Ich bin so lange. Ich bin so lange. Ich bin so lange. Ich bin so lange. ich drück doch warum klappt es in der phase einfach nicht verkackt verkackt ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wär's jetzt gewesen, das wär's jetzt gewesen Das wär's jetzt gewesen Ich mach Fortschritte Ich find's aber nicht lustig Das parieren Ich hab ihn so weit wieder pariert gehabt, dass sein Balken wieder weiß geworden ist Ich hab ihn so weit wieder Was ist diese Atacke? 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 Es ist diese Atacke? Was ist diese Atacke? Es ist die Atacke? Was ist diese Atacke? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! 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 Ja! Das war's. 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 Jetzt bin ich da wieder, wo ich gestern war. Na, noch nicht ganz. Der Boss fehlt noch. Was sagt die Uhr? 21.20 Uhr. Wer ist hier? Wer hängt denn da drüben? Das Level fand ich somit am besten. Das hier, was jetzt kommt. Was heißt mit am besten? Ich kenne... Doch, ich finde es so... Hat mir bis jetzt am besten gefallen. Das war jetzt eigentlich 5 von mir. Aber dahinter ist ja gleich der Checkpoint, deswegen ist es egal. Das war nicht mehr. gestern gar nicht, oder? Hello, my friend. It's me. It's Ahmed. Ahmed Schachbrett. And I want to know your name, but not till we're through. For as soon as I learn that one riddle burned, and I do love a mystery, don't you? Now, only the living saw riddles. As everyone knows, that's a must. When your city is so full of puppets, it seems I'm about fit to bust. So is it's fertig? Riddle, no more waiting. We thank you for waiting. Bekomm ich was Gutes, ja? Was gibt's Crack? Fisch ist Crack aus der Crack-Kirche, oder? Ja, okay. Correct! Fantastic insight! Yes, that's what I would have said if you'd been right, but you were not. I'm not angry, just disappointed. Disappointed, and a little angry. You, Caller, are an absolute blockhead. But, you know what, Caller? It's been quite a pleasure, so I think you've earned quite a nice piece of treasure. What's a monster, what's a man? And what's the real difference? Is it what's more important, our very existence? Oh, don't take it so hard, my dear incorrect friend. Man, that's a first time riddle, Riddler. Man, heiligorschen jetzt, man. Heiligorschen. So. Heiligorschen, man. So, jetzt geht's hier rein. Kann man zum ersten Mal die Puppen? Zzzzzz. something, honey. Zzzz. 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 Extrem Jeremy. Zzzz. Ähm... Stopp. Das war jetzt nochmal der Schleifer, ne? Genau. Das kommt nach... Das kann raus. Machen wir die Lampe auf rechts. Verbrauchsmaterial... Komm, lauf doch schneller! Ja. 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 Nein, nein, nein. Jetzt wollte ich... Ja. Ja. Nein, nein. Die Schleifern war. Ja. Jäger. Ja. den schlüsseln hier kann ich ja nicht lang was sich gleich am besten das dieses mal hat es nicht funktioniert Ungeduld, Ungeduld 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 Super block 7 0 okay das glaube ich dir sofort wahrscheinlich alles in einer minute oder okay hey was wird dir kommen wir zu mir so habe ich ja nicht genau genau jetzt ich mache es falsch ich soll ausweichen noch mal und dann zu ihm und dann kommen zu mir doch hat der blöde doch den also für die roboter wissen auf jeden fall ich fühle keinen Weg dran vorbei ja ja ich merke meine ausdauer ist voll für den arsch mit dem mit der waffe kombiniert ist ja lächerlich gar krass so Ich habe einen Soundfassung mit dem YouTube-Ban. habe ich gestern auch ich schaue mache ich dann immer bei den Champions League Spielen so entweder mache ich das immer später wenn ich ins Bett gehe oder dann später oder morgens wenn ich dann aufstehe so wie ich Lust habe das Lazio Madrid Spiel habe ich gestern auch mal heute Abend die Highlights was für heute Abend, heute Mittag habe ich die Highlights angeschaut ich habe heute das 1-1 gemacht war ja ganz krass aber einen Moment, ich hole noch mein Handy ich schaue es mal ich habe YouTube bombardiert mich immer mit Urheberansprüchen weil in der Crew habe ich ein paar Videos hochgeladen auf YouTube und wegen der Musik obwohl ich den Streamer Modus eingeschaltet habe aber bringt alles nichts so einen Moment ab Freitag ok jetzt schreibt der Verputzer gerade oh meine Freundin hat mir geschrieben mein Bruder auch mein Bruder fragt mich gerade wie Lies of Peace wie Lies of Peace ein Moment so jetzt schaue ich mir erst mal das Ergebnis an wie viel steht es bei Bayern hoitig hoitig oh na na der Onana bei dem läuft es auch nicht wie sieht es sonst aus Arsenal stimmt die sind ja auch wieder dabei gegen Eindhoven 2-0 Napoli 1-1 gegen Braga Inter ist im Rückstand gegen Real Sociedad krass Salzburg 1-0 gegen Benfica Galatasaray hat nur 2-2 gespielt schämt euch Madrid 1-0 gegen Union und das noch in der 94. krass krass ey krass was wollte ich jetzt eigentlich hier ach so das hier ach so das Technik kriege ich ja dann erst wieder Bellingham Jude der Judy ich werde meine benutzen der ist krass na der judy er ist echt gut krasser war real nur 1 0 respekt union mal ein hauptstadt club der es gebacken bekommt na nicht so wie die anderen oder der andere verein der in der zweiten liga aktuell spielt man hat einen patzer gemacht habe ich gelesen dann wird der herr dann doch besser gewesen da steigt der victoria berlin auf ich glaube so ich glaube das ding ist durch für härter wir sind sogar in der 2 liga zu blöd irgendwas zu reißen ja 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 Was ist das? Was lag denn da hinten nochmal? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Ich weiß gar nicht was du hast Mann! Na? Meine Freundin beschwert sich immer weil ich das Essen in mich rein stopf. Na? Aber ich finde das gar nicht schlimm oder? Ist doch voll geil! Oder soll ich jetzt? Aleka! Mhm. 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 Das ist geil, oder? Und schon bin ich fertig. Was soll ich da? Drei Jahre an einem Becher rumessen, oder was? No? Stopp! Na? Ach, jei! Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Keile, du kannst noch so'n Becher essen. So, jetzt kommt das Schlimmste. Feind überhaupt. Der ist mir ja gestern richtig auf den Sack gegangen, ne? Aber diesmal mach ich ihn platt. Also, ich muss sagen, zum Glück habe ich eine Arbeit, da wird nicht so auf die Zeit geschaut, wenn ich mal 35 Minuten Pause mache. Aber ich kenne es auch anders, ne? Wenn wirklich, wenn wirklich auf jede Sekunde geschaut wird, unser Team leider ist so. Ja, der hat mal so, er hat gesagt, hey, es ist Pause, ne? Und ich bin mit dem Kollegen zum Aldi gefahren, ne? Das dauert natürlich, bis man da hinfährt. Dann sich was holt. Dann, ihr wisst es, an der Kasse, bezahlen, zurückfährt. Und wir kommen zurück. Wir haben natürlich auch gleich gegessen am Parkplatz. Und er gleich... Es ist aber keine 30 Minuten gewesen, habe ich mir gedacht. Boah, heil die Fresse einfach. Boah, übertreib doch nicht. Boah, er hat zum Gleichwilligen schon wegen nichts, ey. Ach, da ist der Schlüssel! Ach so, Backstep! Ich schlag das einfach kaputt, das geht bestimmt, oder? Die Scheibe, zertrümmert die jetzt einfach. Quarz! Ach, das findet man sooo, ach! Hallo, gib mir das Buch! Hä? Drei schaffen eins. Also eins mit den Großen. Oh, das ist ein Rätsel, ey? Jetzt habe ich die Feinde getötet. Vielleicht müssen die mit reinlaufen. Weil... Drei schaffen eins. Okay. Was ist dann in dem Buch? Ist dann das Cheatbuch, oder? God Mode, oder? Kann es sein? Ich probiere es einfach mal. Vielleicht geht meine Theorie auf. Hey, die sind sogar richtig aufs Sack, ja? Die kleinen Mongos. Was? Hey, hey, hey! Wohinne? Komm mit! Wahrscheinlich brauche ich die zwei da. Das waren ja genau. Das waren drei sogar, ne? Okay, ich nehme wieder alles zu locker. Seht ihr? Darf nicht passieren. Hier fallen jetzt wieder welche Router, oder? Oder wie war das? Das war's. Wie ist das? Ich sehe mich. Die Vögel. Aber da war's. so wie ich vielleicht mal öfters machen hey klip servus was geht ey servus hallo was war das das gehört ja oder also das war auf jeden fall was amerikanisches ganz ganz safe komm raus dahinten du knödel nichts passiert nichts passiert ich habe ein problem jetzt den durchgang habe ich aber auch nicht der move ist richtig assi der schlägt so langsam mit der waffe zu beim boss wird es ein problem weil gestern hatte ich das problem eben nicht dass es so langsam zugeschlagen hat ja und jetzt habe ich ein problem weil ich hätte als erstes mal gegen den anderen kämpfen müssen dass ich hier den durchgang öffne ich darf jedes mal aus herumlaufen das mache ich auch ich habe mir meine punkte stopp etwas schwer da haben wir auch schon das problem ich denke mir warum schlägt das so langsam zu krass das merkst du ja übelst ey dann mache ich erstmal den anderen nochmal das gewichtskapazität erhöhen zum nächsten mal Hello my friends, kommt runter So, bei dem war es nur Backstab, ne? Was war hier? Hä, war ich hier gestern überhaupt drin? Wo, oder? Weiß ich nicht, jetzt weiß ich's. Er ist krass unterwegs, ne? Er läuft den ganzen Weg hierher. Fuck you man, du stirbst jetzt. Oh, die Puppets muss die. Kill die Puppets! I can't tell what's blood and what's oil. Ja, das ist krass. Oh, das ist krass. Ich hab's nicht krass. Und du musst es nicht krass. Oh, das ist krass. So ist es, du kleiner Pimmel. Der hat sich vorher ein paar Nasen gezogen und dreht jetzt völlig, völlig hier in dem Raum durch, ne? Oh Gott, weg! Was haben die mit dir gemacht hier unten? Was haben die mit dir gemacht hier unten? Hey, 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 hey! Es istảibar, Herr. Ich bin Angst, Herr. So what are gates? ich bin ja genau jetzt gehe ich erst mal hinter und schaue ob ich die zwei gegner da rein bekommen muss dass sich das ding öffnet das ist hundertprozentig so gedacht genau jetzt laufe ich wieder hinter ich hab 5600 gute jetzt kommt ja bald wieder der boss noch ich schau gleich mal bei youtube nach oder weiß es einer von euch wenn ich schon bei youtube nach mir auch wurscht ich schau doch nicht raus dann gucke ich gleich mal ich gehe jetzt erst mal hier zu siegmund all right benini put yourself together i hope he's all oh easy hold on ich muss auch zurück ich muss meine finger einsetzen servus marco ach so i understand ah ok thank you aha wer hat immer aha gemacht aha ah Lara das war Lara Lara wenn sie was gefunden hat und man hat was vom Boden aufgehoben hat sie doch auch immer gemacht aha aha so aha zwei hab ach so ok das buch habe ich die waffe jetzt ausgerüstet ich bin jetzt etwas schwer ja i'll use my power to help you you need my power to help you YOU NEED MY POWER TO HELP YOU na brauche ich beide da führt kein weg dran vorbei i need the shit plus 1 0 also das ist ganz vergessen das plus 1 dann nehme ich lieber das hier aber aber ähm die hebe ich auf so denselbe so wie es geht oh vier Level achso ich Idiot ich habe ja etwas vergessen das ist doch die falsche Waffe Das ist doch wichtig. Das ist wichtig. Komm, mach und erzähl mir nichts. Bei mir geht auch nichts. Nee, das ist ein... Nicht ganz... Das ist ein Eschek. Ein Esel. Es ist ein Esel. Das hört sich an. Nee, es ist ein Esel. So, jetzt, ne? Ach, der Level... Nee, nee, es bringt mir sowieso nichts. Doch, doch eben schon. Weil... Äh, er geht griff. Aber der wiegt wahrscheinlich dreieinhalb Tonnen, ne, der griff. Ich muss mal was ausprobieren. Einfach mal, äh... Einfach mal, äh... Nee, keine Chance. Allein wie der skaliert, da hätte ich dann Hieb... Nee, 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 das lasse ich. Solche Sachen lasse ich gleich am besten. So, was wollte ich jetzt machen? Der Boss, ne? Genau, aber... Eins noch. Das habe ich ja jetzt auf Maximum. Einmal. Das brauche ich auf jeden Fall. I need this. Oh, fuck. Oh, jetzt kommt der. Der andere. Der andere. Wie sich das anhört. Der Pilzkopf, man. Fuck, was ist der? Das ist jetzt schon wieder auf der Seite, oder? Doch, das ist schon wieder mein Greenscreen. Der könnte ein bisschen breiter sein, ne? So, jetzt gehe ich erst mal... hier rüber. Und erst mal... Hey, reiß dich zusammen da unten. Ja. Ich habe vorhin neu angefangen, Marco. Ja, gestern Abend war ich auch schon ziemlich angefressen und müde. Ich habe mir vorgenommen, heute etwas geduldiger zu sein. Ich habe es mir vorgenommen, ob mein Plan dann aufgeht, ne? Ja, das ist halt wieder die andere Frage. So, die habe ich. Eigentlich hätte ich die in Ruhe lassen können. Er ist... Er ist... Er ist... Ja, ich... Das mit der Stärke war schon ganz gut, aber... Das, was ich hier auswähle, ist viel schwieriger. Aber wenn ich es drauf habe, ist es dann besser. Hey! Darf ich vielleicht mal eine Waffe auswählen? Er rennt schon. Er ist schon richtig geil auf mich, ne? Der, dass sie denken, ich will hier wegrennen. Gewicht muss passen, das weiß ich. Ich glaube, ich will hier wegrennen. Nein, Leute! Der hat mich jetzt schon wieder... Ich geh wieder hoch. Ich sterbe sowieso, ne? Also ich muss sagen, mit Entschlossenheit und der Waffe war es auf jeden Fall gestern viel besser. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, aber... Fuck man, ich brauch den aber. Der hat einen Gegenstand. Der schlägt so langsam. Auf Technik ist das halt gleich Ding. Na, D. Eigentlich ist das total für den Arsch. Außer ich probiere mal was anderes. Einen Moment. Weil... Genau. Ich probiere das mal. Oh, ich bin so. Oh, ich bin so. Oh, ich bin so. Der kommt. Oh, Mann. Oh, Mann. Sehr gut. Das ist alles. Okay. Willst du schon wieder survive, ja? Willst du schon wieder survive? Willst du schon wieder? Willst du schon wieder survive? Alles gut Willst du schon wieder survive? 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 Yes, yes Willst du schon wieder survive? 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 Willst du wieder survive? Willst du schon 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 wieder survive? Ausweich oder bei dem roten sieht man, das muss so dumm kommen. Nein. Okay, das war jetzt sehr lässig. Der ist, ich habe schon einen knackigen Boss. Ich habe schon einen knackigen Boss. Einmal, zweimal und jetzt habe ich mich aufgepasst. Das war jetzt keine Absicht mit dem Springen, ne? Das ist heute. das werde ich umgeduldig jetzt nervt hello my friend I'm behind you okay amigo ach so ist es krasse nein man funktioniert doch nicht krasse 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 Okay. Untertitelung. BR 2018 Verscheiß jetzt Das blocken, das parieren, das bringt doch nichts. Gar nichts. Verscheiß jetzt Nein mal, es wärs gewesen, du kröppel. Verscheiß jetzt Nein, das war so gut. Fuck ey. Dadurch gestern ist alles selbe Problem, wenn der Balken weiß wird. Fuck. Das war auf jeden Fall jetzt okay, das kann man so lassen. Das Fenster ist nicht sehr groß. Ja, das stimmt ey, bei dem ist es wirklich klein. Bei dem ist es ganz anders. Und bei dem brauchst du auch keine Schläge parieren, weil wenn er den Schlag von oben macht zum Beispiel, dann beim Parieren, dann drückt er einen nach hinten und dann habe ich genau dasselbe wie mit dem Ausweichen. Ich komme einfach nicht. Na. Da muss ich wieder ein, zwei Schritte nach vorne machen und dann ist es schon zu spät. Ich muss irgendwie hängengeblieben, mach du mal dasselbe. Ich muss irgendwie hängengeblieben, mach du mal dasselbe. Du bist so schrecklich. Jetzt versuche ich Ich probier's einfach Das bringt nichts Der haut gleich Das bringt nichts Das bringt nichts Das machte den von oben Okay, das funktioniert nicht Außer ich mach das anders Oder ich mach's so wie gestern So hab ich ja eigentlich auch angefangen Und dann Richtig schlecht schon wieder. Richtig schlecht schon wieder. Nein, ich habe gedrückt, es war einen Moment zu spät. Krass. Krass! 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 Das war's. 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 Was ist der Mist? Der Mist ist gut! da sind wir wieder aus dem konzept rolliger basta du restiger ich bin ausgewichen jetzt kaum übertreibt doch nicht mal ich habe keine geduld für den nicht er ist richtig behindert einfach und seine leiste wird einfach nicht weiß die wird einfach nicht weiß aber egal alles gut ich habe den Nutsal für mich jetzt schon was habe ich denn gerade gemacht man jetzt habe ich das falsche benutzt scheiße jetzt habe ich scheiße gebaut jetzt lasse ich mich wieder aus dem konzept bringen fuck 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 so 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 komm komm du kleiner krüppel ey ey so richtige Bastard Attacken einfach so 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 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 15 15 14 15 15 15 Es nervt mich einfach. Zu früh, zu spät. Ich habe das noch nie geblockt von da oben. Ich brauche es so gar nicht weitermachen. Es ist richtig krass, dieses Feuer, wie viel es abzieht. Ich habe gar nichts. Vorhin habe ich es ausgesinnt. Das nervt mich übelst gerade. Dieses scheiß Feuer schon wieder. Das ist schlimmer wie das Blitz von dem anderen. Weil ich darf dann wegrennen wie so ein kleiner Hund und darf mich in die Ecke verkriechen und darf darauf hoffen, dass er mich nicht tritt mit dem Feuer. Was ist das für eine Scheiße einfach? Was ist das für eine Scheiße einfach? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Das nervt mich. Der nervt mich. Der ist viel schlimmer wie der andere. Ich habe keine Nerven gerade für so einen Scheiß. Ich mache auch viel weniger Schaden wie gestern. Ich kriege einmal die... Ey, das ist so mühsam, ne? Wenn man diese weiße Leiste nicht vollkriegt. Oder wenn die Lebensanzeige nicht weiß wird, ne? Ja, das ist so ein Scheiß einfach. Das ist so mühsam. Wenn ich sie wenigstens bis dahin schaffen würde, ne? Einschlag schon zu viel. Alter, jetzt kommen wir. Ich verliere gerade die Geduld, ich merke es. Jetzt ist zu spät. Jetzt brauche ich den Scheiß auch nicht mehr. Oder ich lasse die Waffe einfach so wie sie war. Ich mache es mal anders. Vielleicht soll ich die Waffe doch mal so lassen. Ich habe es ja gestern auch anders da gemacht. Ich werde es machen, wenn es funktionieren wird. Ich werde es machen, wenn es nicht mehr so ist. Ich werde es machen, wenn es nicht mehr so ist. zwei reichen ich wollte schon wieder drei hey das ich habe es geblockt wirklich krass man aber ich habe schon suchen ja Das war's. Das war's. Das war's. Start! Das... Kleiner Krüppel ist das Alba nur he. Schau Rino, das ist so ein... Egal, das ist mit der Waffe... Man darf die Waffe... Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht mit dem Griff. Vorhin habe ich ja den Griff von meiner Waffe genommen und habe vorne die Klinge oder den vorderen Aufsatz kombiniert. Krass, ey, was das für einen Unterschied macht. Aber er mit seinem Feuer, das ist so eine Pussy, na. Das ist so eine Pussy einfach. Ich kann... Das ist so krass einfach. Die wissen sich alle nicht zu helfen, müssen aber mit so einer Scheiße kommen einfach. Jetzt... Jetzt trifft er mich damit. Das ist so eine Pussy. Ich habe das Pussy. Und meine Politiker auch schon genau hier. Die sind es scherpfläge. Die sind es zu Ende. Das ist so, dass du zu Ende. Das ist so, dass du ja so, das ist dann sehr knapp. Ich habe die Farge geblieben. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr. Ich schwöre, das ist mein letztes Souls-Spiel. Ich zocke danach keine Souls-Games mehr. Bei mir steht es bis da oben hin. Ich zocke da nur noch UFC. Wisst ihr, was ich mal? Zwei Männer, vier Fäuste und das war's. Aber so eine Bullshit gebe ich mir nicht mehr. Mir steht es bis da oben hin schon wieder. Ich zocke nur noch sowas. Weil ich habe keinen Bock, dass sie mit ihrem Feuer oder Blitz, das sind die größten Pussys. Für mich ist es einfach nichts. Ich kann das nicht mehr. Na? Ich hab einfach keine Geduld und für so eine Scheiße einfach. Das regt mich sowas von auf einfach. Das nervt. Das nervt einfach. Mir reicht's. Ich kann mir diesen Pussy-Scheiß nicht mehr geben. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr mit. Na? Die können immer alles. Na? Ich nicht. Ich nicht. Bei mir läuft es nicht. Bei mir? Ich kann das nicht. Mir reicht's. Mir reicht's. Ich schwör's euch. So ein Pussy-Scheiß. Es ist jedes Mal. Egal welches. Es ist die größte Pussy-Scheiße. Es ist ja sowas. Jedes Mal. Ja und jetzt. Jetzt ist er wieder. Jetzt, ne? Macht ihr wieder den ganzen Boden mit Feuer. Genau. Genau, mach. Ja. Ja. Ich kann dir. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Lauts of the full wäre ich auch nicht schmissen. Scheiß. Scheiß drauf, ey. Na? Ich hab. Ich hab keine Nerven dazu. Genau. Ja, mach. Flammenmerven, ne? Warum kann ich keine Pumpkanon oder so raus? Ja, genau. Schaut mal her. Schaut. Das. Und ist das so geil oder was? Richtig geil. Richtig geil einfach. Boah, ist das geil. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geil, geil ist das, ich hab schon wieder keinen Bock mehr, vorhin hatte ich so viel Geduld, aber das nervt mich schon wieder, das geht mir auf den Sack einfach, das nervt mich. Er kann wieder alles, na, er haut raus, den ganzen, der Boden, der brennt, na, ich brenne dann auch, boah, ist das geil, ja, er kann alles, ich kann nichts, ich hab's bestanden, ja, macht es, ja, man geht, oh Gott. Ja, macht es zweimal hintereinander, ja, drittes Mal, komm, ja, uff. Ich hab gedrückt, ich schwöss euch. Komm, renn, 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 renn. Was hast du gesagt, Marco? Ach, jetzt kommt der zu mir und dann macht der das? Dein Ernst? Okay? Fah. Ah Du schießt aus dem Meter Entfernung, ey. Noch was? Noch was? Du Schimmelpilz, Mann. Er weiß auch gar nicht mehr, was hier abgeht. Was machst du denn, du Idiot? Oh, ja, mach! Ja, ja, mach! Schieß! Ja! Ja! Warum kann ich nicht schießen? Kann mir das mal einer sagen? Warum kann ich das nicht? Jetzt brenne ich, ne? Schaut mal her, was ich für ein Pech habe. Schaut euch das mal an einfach! Soll ich noch was sagen dazu? Schieß! Ja, genau! Oh! 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 Art of the sword. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ich kriege nur einen Kollaps bei dem Spiel. Gib mir das auf den Sack mit dem. Ich kann das nicht mehr. Danke. Aber ich kann das nicht mehr. Mein letztes Souls Spiel. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Danke. Mich nervt das. Ich kann das nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist... Mich wurmt das langsam, dass der Gegner immer Sachen kann, die ich nicht kann. Warum habe ich kein Sturmgewehr und kann nicht schießen? Er kann doch auch schießen, oder nicht? Warum kann ich nicht schießen? Kann mir das mal einer erklären? Warum kann ich mal keine Bazooka raushuppeln oder so? Das wäre ja sonst unfair wahrscheinlich, ja? Ach Leute, ich reg mich immer. Ich kann, ich kann, ich kann nicht. Ich kann mich nicht. Ohne Aufregen funktioniert es nicht. Ey, ich habe jetzt gedacht, na der Boss, ich kämpfe jetzt gegen den. Der wird leichter wie gestern, weil zwar kenne ich ihn, aber irgendwie knackig. Ach man ey. Ich brauche auf jeden Fall jetzt Technik, ne war das. Geil ey. Ne, die können nur dies und das. Aber ich war nicht vorbereitet, ne. Ich hätte halt was gebraucht. Der geht bestimmt ganz anders. Da gibt es irgendeinen Weg, dass er voll einfach ist. Dann werde ich mit euch. Hundertprozentig. Irgendwas wird es da geben. Ey, wo ist meine Waffe? Meine Waffe ist weg! Oder? Nein, ich muss die montieren, ne? Ich muss die noch montieren. Sagt mir, dass ich die montieren muss. Sagt... Okay. Hahaha. Ich hätte jetzt... Ich kann nicht mehr. Hahaha. Ich habe schon gedacht. Ich habe schon gedacht. Hahaha. Ach jei. Ach so, ich habe was vergessen. Ich wüsste mir einen Boxsack hier herstellen, ne. Ja. Ja. Das ist richtig eklig. Diesen Elementarschaden, was sie immer haben, ne. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss sagen, ich drücke, ne. Mit dem Parieren. Ich finde es total... Dieses Fenster... Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen... Dann... Dann halte ich manchmal aus Gewohnheit, ne. Ja. Von anderen Spielen, da klappt es. Wenn man kurz davor nicht antippt, sondern kurz davor hält, dann... Aber okay. Ich habe zweimal Technik. Ich werde meinen Pappen benutzen. Alter, die haben es echt in sich, die Bosse, ne. Ich will es nicht zugeben, aber... Klasse, ey. Klasse, ey. Ach so, ey. Meine Freunde noch, die holt was. Ich habe mich auch schon wieder total... Das ist wie der Gegner, der provoziert mich, ne. Und ich bin auch so blöd und falle halt da drauf rein, ne. Wisst ihr, was ich meine? Ja, bei der Bosse soll es ja fahren hin oder her. Ich... Ich finde es... Also sogar der andere Bosse, nur mit ihm parieren... Das ist schon grob, ne. Das ist wirklich grob. Aber ich bin auch leider auch nicht so der Geduldigste, ne. Er macht eine rote Attacke. Okay. So, hier... Waren überall die Fässer, ne. Und dieses Mal... Genau da. Genau. Einmal. Ey, ist das dein Ernst? Sogar wenn ich trauvoll explodiert ist... Oh, da kommen wahrscheinlich noch schlimmere Bosse, ne. Oh, da kommen wahrscheinlich noch schlimmere Bosse, ne. Olympia mitmachen. So gut wie der wirft, na. Und jetzt noch mal. I-ih, ich-ih! Ich-ih! Muss Main honour. Und dann sehen wir weiter. Oh, da. Ja! Na. Ich-ih! 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 Was ist das? genau das brauche ich das möchte beim nächsten hier im gu swings kira Einmal, einmal 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 Einmal, 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 einmal Untertitelung des ZDF, 2020 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 So hier war ich das nicht von gestern. ach das mit der hand stimmt ok fuck fuck das habe ich ganz vergessen bin ich ehrlich ich habe ja noch zwei durchläufe ok 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 hier geht es hoch ok das habe ich gestern gesucht die habe ich ja wütend ausgemacht wenn er den blauen schaden bekommt der blaue schaden war noch mal was ich glaube nein achso sichelmonstein der ist es ne also das hat mich so krass an dark souls hier dieses level heftig 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 das war machst du es wird auch netz egal alles gut alles gut so was war das jetzt man was war das what the fuck was das die haben mich einfach mal von allen seiten haben die mich herangenommen heftig heftig das fand ich jetzt wirklich hart krass 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 das fand ich jetzt krass das ist ein ernst krass 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 Ich hätte gerne mal eine andere Waffe, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele ja die ganze Zeit immer dasselbe. Echt. Das war's. Das sieht mir schon so suspekt hier aus mit dem Auf-Limits, forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you... a stalker? Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I have no right. Kann ich die jetzt nicht abmurksen? Hier hätt wahrscheinlich was gedroppt, na? Hundertprozentig. Warum kann ich sie nicht angreifen? Höhöhöhöhöhöhm... Ladies and Gentlemen! Welcome aboard the Pilgrims cable railway! Now those of you who join us in Moonlighttown, we hope your preparations for the pilgrims journey are well underway. Fasinating town Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid, I kid, Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of a beautiful crott. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Jiminy! Well, not bad, huh? Jiminy! That means I have this now, right, with you? You, uh, you look annoyed. What I do... Ah, I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Something's off. So, do you see that over there? So, do you think I'm just going to say, what is that? I'll just play it first, before I'm dealing with some other things here. Ach, the other thing I have, too, right? I'm a slide-stein. I'll just take the sword. I know my way around. Okay. I'll just take the sword. Willkommen. Willkommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch schlimmer werden kann wie bei dem letzten Boss. No. 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 Was ist das? Was ist passiert? Was ist der Problem? Wait, wait, der Körper ist stranglich gewechselt. Ich weiß, was ist passiert? Die Augen von dir sind offen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin auch noch woanders lang. Bitte. Wahrscheinlich irgendeine Geste oder so, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch noch woanders lang. Ich bin auch noch woanders lang. Ich bin auch noch woanders lang. Da geht es wahrscheinlich weiter. Dann gehe ich erstmal hier. Dann gehe ich weiter. Nein, nicht zu mir! Ich dachte, du bist aus der Organisation. Oh, keine Ahnung. Mein Name ist Giangio. Ich bin Alc... Ich bin Pharmacist. Ja, Pharmacist. Ich schaue für die Liegenheit der Gold-Coin-Frütt. Ich konnte benutzen die Medizin, um die Infektion zu verbreiten. Ich habe die Pferdung des Pferdung, und ich brauche eine Verbreitung. Entschuldigung. Ich rufe, wenn ich nervös bin. Ich schaue das. Es erkläre es schneller, als ich kann. Nein, Herr... ...m-m-many substances können... ... die Gold... ...kann? Die Menschen von Ange... Ich... 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 Wenn du... ich... ... Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist eine Reichweite. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich denke mal mit dem Aufzug komme ich von da oben runter, hier runter, aber ich muss ja da rüber, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Untertitelung des ZDF, 2020 Einen Moment. Ah, krass! Müsste ich eigentlich noch ein YouTube Video machen? Stopp! Machen wir rein! 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 Scheiße! Das war's für heute. Fuck. Du kleine Bitch, man. Du kleine Bitch. Boah, ist das dreckig einfach nur, ey. Boah. Oh, ich muss ein bisschen ruhiger sein. Meine Freundin schläft. Was war denn das jetzt überhaupt? Ey, wie weit ich zurücklaufen darf. Ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass ich meine Seelen verliere. Ich glaube, es ist ein bisschen ruhiger sein. Das ist krass jetzt, ey. Es ist knifflig, ne? Eigentlich nicht. Ich könnte eigentlich, müsste ich rüberspringen zu ihr. Oder so, oder so. Du kleine Göre, ey. Ich komm... Ach, Leute, ey. Es ist ja gerade B. Ey, warum hat sie mich vorher nicht runtergehauen? Kann mir das mal erzählen, warum sie es vorher nicht gemacht hat? Ey, die kann mich gar nicht leiden, ne? Ja, kann das sein? Die kleine Göre. Die ist krass. Sie haut mich runter. Aber ich hab meine Seelen. Oh, wir sind limp. Ich brauche, dich brauche, dichib construir. Kann ich ruhig aneu stärken? Ach. m er hängt hier wie so ein mongo wenn ich hier sechs Stunden lang stehen bleibt der bleibt sechs Stunden da hängen er er war nie was für ein Pilzkopf eigentlich gehört ihm auf den Kopf geschissen Servus Niege mir geht's so weit mir geht's so weit wie geht's hier ich kämpfe gerade um mein leben das muss ich bei dem spiel wirklich mal muss ich das tun krasse sache ich weiß mir nicht anders zu helfen ich mach's jetzt einfach so hast du den Esel besicht das ist schon mein dritter durchlauf ich habe zweimal von vorne angefangen ich habe beim ersten mal habe ich die Mondsteine falsch gesetzt dann beim zweiten mal habe mir die Waffe nicht gepasst und jetzt bin ich zufrieden ich hasse diese Spiele ich hasse diese Spiele das große Schwelles hatte ich da vorher das große Schwelles hatte ich da vorher so eine scheiße sie steht da hinten schmeißt ihre kotze oder kacke was es ist und ich der felder einfach runter so ob die das mit 300 kmh schmeißen würde ich bin nur 5.000 jetzt bin ich wieder hier jetzt bin ich wieder hier finde es nicht lustig glück das war die freundin drüben schläft nach uns sonst wäre ich ich muss also für das spielen brauche ich einen boxsack wenn ich hinter mir hängen habe irgendwas wo ich reinbeißen kann keine ahnung wo ich mich abreagieren kann vorhin hat die nicht geschlagen die kleine fette die sieht aus als wäre sie im 20 monat schwanger mit ihrem ranzen und haut mich da einfach runter aber gut ist halt so ja 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 das problem ich habe mich zum schmeißen einfach ich habe mich zum schmeißen da wartet ja auch noch eine aber da kann ich ja schnell überlaufen das ist ja kein problem das ist krass man ich auch das ist das schlimmste was gibt für mich glück muss man haben na jetzt reicht es aber wo bin ich jetzt hier gelandet ja irgendwann mal saug genug oder jetzt bin ich hier bei denen wie viel in der ki da einfach verliert ja ok das ist wirklich hoch ist oder slide okay ja ja mehr vor ja ja Crunch ja ja ich so einen scheiß habe ich noch nie gesehen ich habe gedacht bei dark souls wird es schon scheiß Sachen geben aber hier da habe ich auch so ein ach das ist ich schwöre es euch fette bitch du fette bitch jetzt komme ich ich kann nicht mehr das Spiel macht mich fertig oh man ey wisst ihr was jetzt krass ist ok ich hab's ja 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 Die Bosse sind echt übel, muss ich sagen. Ja, das geht schon hier mit dem Ausweichen und Parieren und alles, aber ich muss sagen, ich finde das Parieren ein bisschen zu knapp. Ich habe es jetzt so versucht und ähm, ja. Es funktioniert, aber es ist so, es ist schwer, weil das Fenster so knapp ist. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da war ein Weg, really? Weißt du, ganz unten? Das führt mich wahrscheinlich da runter, ne? Aber das will ich ja nicht, weil ich will ja hoch. Äh, nicht hoch, sondern... Stopp! Stopp! Ne, ne, das ist schon richtig so. Weil jetzt kann ich mit dem Ding hochfahren. Genau, genau, genau. Genau. Stimmt, was hat alles gepasst? Jetzt passt alles, passt alles. Nein, da gehe ich nicht rein, wie das schon aussieht. Wisst ihr, wie das aussieht? Schaut mal rein. In der Mitte vom Raum, ne, liegt eine Leiche, ein Gegenstand, genau in meinem Blickwinkel. Ich weiß ganz genau, das ist schon eine Falle. Ich weiß es ganz, ich weiß es ganz safe, ganz safe. Ich werde aber gleich mal reinlaufen. Ich muss da rein. So typisch. Na? So, wenn ich jetzt so, so naiv wäre, ne? Und ich würde jetzt hier vorbeilaufen und stelle mich so... Wow, da liegt ein Gegenstand in der Mitte vom Raum. Da muss ich jetzt reinlaufen. Da laufe ich jetzt auch rein. Da wird schon nichts passieren. Ah! Damit hätte ich ja nie gerechnet. Da sind dich, was ich dran? Da sind, was ich dort vorne? Ja. Da sind wir jetzt. Und da sind wir jetzt eine Katastrophe. Marius. Oh, das ist jetzt nicht, da sind wir jetzt noch. Haube ich dir? Und ich würde hier für mich. Aber ich würde mich nicht von da sein. chester? Und du mesehörd. Ich glaube Feuer wäre besser, ne? Feuer, oder? Burning! Jetzt stellt euch vor, ich hätte die Abkürzung jetzt nicht gedrückt, na? Ähm, was wollte ich ihm machen? Das rein? Ähm, ich muss jetzt trotzdem den Weg da runterlaufen. Hey, komm! Hey, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm! Komm, komm! 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 Der hängt immer noch! Der hängt um sein Leben, der Hänger! Der Hänger hängt! Und der Hänger hängt! Leute, der hat es wahrscheinlich jahrelang geübt, ne? Ja, ich habe es schon gesehen mit dem Weg. Alles gut. Boah. Was kann hier bloß sein? Benini. Okay. Das mache ich, wenn ich gestorben bin beim nächsten Mal. Wenn ich, genau, werde ich dann zurück. Crazy im Weg. Das ist ein paarische Maske, oder? Ich habe meine Punkte aufgehoben, kann ich nur sagen, ne? Okay. 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 Okay, ich hör auf damit. Ich hör auf damit. Ich hör auf damit. Ich hör auf damit. Ich kann es vergessen ey. Alter, was ist denn schon wieder? Hey Leute, das Spiel nervt mich einfach nur noch. Warum habe ich kein Schild in der Hand? Warum habe ich kein Schild in der Hand? Warum habe ich keins? Da fange ich jetzt wieder an. Fange ich hier? Deshalb nehme ich mir jetzt raus. Warum habe ich keins? Warum darf er heben? Ich will drum renne ich nicht. Ich weiß gar nicht was ich da machen soll. Jetzt der nächste Mann. Das ist unmöglich dieses Spiel. Ohne Scheiß. Aber okay. Ist halt so. Und das Feuer hat ja... Das kann ich mir auch... Das brauche ich gar nicht benutzen. So kurz wie das hält. So ein Scheißdreck ey. So ein Scheiß einfach nur. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss... Ich muss... Ich habe geündet. Was machen colleague geht... Ich habe zu bez handler. Ich habe die Scheiß nicht verstanden. So ein Dreckspiel, ey. Was habe ich jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt gerade, Mann? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ich mache gleich mal... Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was habe ich da gerade gemacht? Was war das jetzt? Was war das? Ich habe verriert. Ich habe verriert. Wer bleibt schon weg? Ich habe vor uns geschafft. Scheiße, ich habe keine Hammer. Er gibt Quarz? Nein Leute, ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt und ich weiß es. Hundertprozentig. Ich habe recht. Ich hätte schon wieder fast den Controller kaputt gemacht. Das ist krass einfach. Ja, da flippst du nur aus bei dem Spiel. Warum macht man das Parieren nicht komplett auf eine Millisekunde oder so? Hm? Ich muss auch jedenfalls zurück jetzt erst mal. Ja. 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 Zum Glück auf Hotep. Wolter Apfel. Oder... für was ist er? Obst. Ja. welchen ob salat man versteckt am und stein upgrade material ich bin aber jetzt zurück überhitze ist so eine flasche kostet 500 nach als abschneider ein bisschen absteckt da müssen wir sein zeug einfach nehmen was für eine kreis ok Okay. Danke dir, Colin. Und? Ich werde mir den gleich mal holen. Wir reden auch mal mit ihm. Ich werde meinen... Ich werde meinen... zuzugeben, ne? Weil ich weiß, dass ich mich ja... Ich tu mir ja eigentlich nicht so schwer bei... bei den Games. Aber das Spiel... Na? Aber okay ist halt so, ne? Willkommen zu... Gut. Krass, Mann, ey. Der Fettsack mit seinem Schild. Ich weiß mein Weg. Ein Stargazer. Ein Stargazer. Ein Stargazer. Ein Stargazer. Wenn du willst... Ein Stargazer. Ich weiß mein Weg. Ein Stargazer. Sie müssen schon plus vier. Also was heißt plus vier, vier Stück brauchen wir jetzt. Also ich verbeige mich beim... Schon langsam ein bisschen... Also davon brauche ich nicht. Das brauche ich gar nicht mehr leveln. wie sieht es aus mit vitalität geburts, der skaliert auf A oh stop 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 nur noch 400 punkte habe ich gesehen in the foot jamming as you get I'll use my power hehehehe hehehe I'll use my power Ich will mir gar nicht vorstellen was dann hier für ein boss kommt in der kathedrale wahrscheinlich dieses schlangenvieh was ich da gesehen habe was nach unten wieder durchs loch ist ach so ich sehe schon ich muss davon noch eins ok ich verstehe verstehe das ist wichtig das wäre auf jeden fall nicht verkehrt das ist mir wurscht ja ja das das finde ich natürlich das finde ich das finde ich die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe es aufgenommen, verarbeitet, jetzt weiß ich auch, dass es hier Fallen gibt. So meine wilden Kerle, hey Alex, servus ey, es läuft Alex. Der fette Schwein da oben. Ja, ganz okay. Ich bin dem Namen Rage Mike heute wieder gerecht geworden. Eigentlich wollte ich es nicht, aber... Ja, was soll ich sagen, ne? Das Spiel ist schon manchmal richtig, äh... Der ist auch nicht, der ist weg. Der ist weg, na? Der ist weg. Der ist weg. Nee, ich kann jetzt nicht, ey, jetzt schläft meine Freundin drüben, die hat schon gemeint, ich soll aufhören, rumzuschreien. Sie hat gemeint, du bist 34 und benimmst dich wie ein Kind manchmal. Und sie hat auch noch gemeint, ich bin 34 Jahre alt. Und ich sollte bitte aufhören, so Wörter wie Missgeburt in den Mund zu nehmen, wenn ich schon 34 bin. Ach, Mann, ey. Da hab ich dann gemeint, nein. Ne? Ja, 24, ja, sie. Jedes Mal, wenn ich mit irgend so was komme, wie, ich sage, irgendwelche Ausdrücke oder sie, so, dann kommst du mir jedes Mal gleich mit dieser, ähm, ey, du bist 34, ne? Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf damit. Na, hör mal auf. Hör mal auf. Eigentlich müsste ich zurück. Na? Hör mal. Ich muss nochmal zurück, ich muss schauen, ob ich den schwere. Meddling nochmal kriege. Ja, ich muss aufpassen, wenn ich dann Kinder hab, dann geht das nicht so, ey. Ich kann das dann wirklich nur machen, wenn alles, äh... Fortschrittkudel, okay. Alles Gute ist halt so, ey. Ich kann mal, wie ich Energie benutze. Ja, ich hoffe, das wird auch ein Junge, ey. Ich kriege ein Kollaps, wenn es ein Mädchen wird. Also, es ist noch niemand schwanger, aber nächstes Jahr ist geplant. Ich stelle euch vor, das wären zwei Mädchen oder so. Ey. Was soll ich machen? Ja, Barbie meint genau, ey. Dann kann ich mich gleich weghängen, auf jeden Fall. Schmink-Tutorials und sowas, ne? Schmink-Tutorials und sowas. Achso, ich sehe gerade, hier ist versperrt. Nein. Das war gerade knapp, hier. Alex, weißt du was, wegen dem Resident 4 DLC? Ich sehe dich. Da geht's runter. Du bist jetzt hier. Okay. 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 Hier ist das. Ja. Okay. weil die trophäen die sind schon aktualisiert es gibt sieben neue aber ich habe jetzt mal das spiel auf updates überprüft und da war jetzt nichts und im store ist auch nichts da war einfach nichts aha ich verstehe jetzt wohl gehabt mich gerne runterschmeißen genau und wo ist der dlc dazu oder kommt er noch oder wie ist es oder da ist auch noch was so jetzt will ich mal länger eigentlich wollte ich meinen schlaf rhythmus nicht durcheinander bringen aber es geht nicht anders kipp dem store ja 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 ach jetzt ein moment i have to buy this ok belastet wird gut haben habe ich überhaupt noch gut haben drauf kann doch nicht sein oder habe ich wieder was aufgeladen belastet wird gut haben erwartet mal das kann jetzt sein ich habe doch kein gut haben drauf das kann jetzt sein oder habe ich was aufgeladen ich weiß gar nicht mehr ob ich was aufgeladen habe ich habe noch zehn euro und sechs cent drauf das heißt ich muss wieder was aufladen ich bin ich bin noch da ich das problem ist man hat ich einmal habe ich meine e mail adresse wurde hier gesehen und ich krieg seitdem e mails auf meinen auf e mail und irgendein hurensohn ich muss kann sich anders sagen aus dem stream schickt mir jetzt irgendwelche e mails dass ich gut scheine gewonnen hätte auf meine e mail adresse alles beim und was weiß ich aber derjenige wer es gemacht hat vielleicht sitzt ja auch im stream würde mich ja nicht wundern gibt ja solche leute die hassen und lieben mich gleichzeitig falls du das gerade siehst denk dran du bist eine missgeburt so also morgen slice of pee erst mal time out timeout coach coach timeout coach timeout der coach sagt doch nun mal timeout also bin ich der coach timeout morgen heute muss ich noch ein paar videos machen hey da so ich zock weiter keine angst da bin ich woher zurück in leise pie angekommen also es ist quasi da unten jetzt die abkürzung sehe ich es richtig oder sehe ich es falsch krass wie manche menschen sind wie kann man so hängen geblieben sein ich schreibe mir jetzt Mike seine e mail ab und melde überall an dass er auch e mails bekommt so wo geht es denn hier lang oh je oh je ihr wisst was kommt wisst ihr es oh je du hast du aufgemacht die hier ja was sie hier ne dass ich immer schnell durchlaufen kann fuck ey und was kommt silent jetzt kommt ein boss ne von der skala 1 bis 10 du hast schon durchgespielt aber nicht stopp 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 warte warte bevor du jetzt irgendwas schreibst du wirst den boss jetzt bewerten anhand nicht seine schwierigkeitsgrade ist sondern ekelfaktor 1 bis 10 was würdest du ihm für einen ekelfaktor geben du kennst es ja ne ne 7 ne 7 ok ne 7 hättest du nicht schreiben können die 3 oder so ekelfaktor ne 7 ich mach es ohne geist ne ohne hilfe echt jetzt nicht der endboss ok ich bin bereit und was meint ihr haue ich ihm gleich die zähne raus oder nicht der tisch ich kann nicht meine freundin schläft die muss morgen früh aufstehen sie muss mich zusammenreißen ich kann nicht ich beiß einfach in meine hand ah fuck hat es weh getan mann ne fuck ne echt warte ich kann nicht ich würde ich kann nicht mein tisch ist ja schon kaputt an der oberfläche ne meine freundin hat es letztes gesehen hat gemeint schatz was was machst du da ich so was denn was hast du mit dem tisch gemacht ich so ah fuck ey ne ach der silent hat kinder ok da muss er doppelt so leise sein ja 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 Darf ich auch mal? Darf ich auch mal? Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Ich habe bei dem Boss ein gutes Gefühl Weil der ist groß Und Ich weiß, der hat einmal Auf dem Boden Gleich nochmal eine hinterher Und dann kommt von der anderen Seite Genau noch eine Und dann hätte ich immer Zeit Dann kommt die Zunge zweimal Feuer Ja, das habe ich mir schon gedacht Ich habe aber schon keinen Bock mehr auf das Feuer Linke Hand Linke Hand Ich bin Linkshänder Nee, Rechtshänder, aber Ich bevorzuge lieber die linke Hand Ach so ist das Warte mal Da muss ich schon selber lachen Über den Scheiß gelabern Ach mal, ey Nee, Rechtshänder, aber mit Links geht es besser Habe ich mehr Gefühl Nein Auf jeden Fall Definitiv Ich muss zurück Den Feuerarm kaufen Ganz wichtig Ganz wichtig Also Spritzigkeit steht auf jeden Fall Immer an erster Stelle So Wir sind alle Wichser Ich weiß Muss halt auch sein, oder? Meine Freundin ist auch nicht immer da Die ist auch arbeiten Was soll ich dann machen? Das ist doch Ist doch klar, oder? So Den brauche ich, ne? Der skaliert aber auf D Ja Die Hand werd ich nie Sag sowas nicht Am Ende fährt irgendjemand drüber Mit dem Auto Fuck, wie soll das passieren überhaupt, ey? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiss es nicht Ich weiss es nicht Im Moment Also ich muss sagen, meine zwei Finger tun immer noch weh, da habe ich reingebissen und irgendwie lässt der Schmerz nicht lachen. Aber okay ist halt so, ich kann damit leben. Zwei Level, sehr gut. Schade, dass es auf dem Ding skaliert, auf dem anderen Zeug hier entschlossen hat oder was zwar. Ist es dann schon der letzte Boss von dem Gebiet oder kommt da noch was? Ja und jetzt, du Idiot. Jetzt stehe ich hier, hallo. Oh, du bist so hesslich hier. Ich bin ein gepanzert. Huh? Oh, нет. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gerade die Kontrolle über mich selber verloren, habt ihr das gesehen? Das Feuerding zieht nicht so viel ab, ne? Ich denke, ich mache mal den hier. Oh, das habe ich sogar ausgerüstet. Fuck ey, ist wieder so ein Boss. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Habt ihr gesehen? Ja, dieses Parieren hier, ne? So spät. So spät. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, ich hab keinen Bock. Nein, mir reicht schon wieder. Zweite Phase. Okay. Wurde ich gefragt? Nein, wurde ich nicht wieder. Danke. Boah, das Spiel ist unmöglich. Ich schwör's euch. Okay. Ich bin der One-Winged-Ink! Will ich selbst die Gefahr von Gott? Ich kassel, Arm of Gott! Ich kassel, die durch den Asasner! Das ist so großartig. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe so keine Lust, ey, ey, ich musste es ja voll gut machen, um in die zweite Phase, ey, was ein Scheißdreck ein, jetzt fängt es mit diesen zweiten Phasen an, Alter, hau ab, Mann, jetzt ist es nicht um 1.28 Uhr, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ey, So, zweite Phase, ne, ich nehme mir jemanden mit, natürlich So wird es laufen, weil ich habe keine zweite Phase, ne So. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, die ist ab... Also Cyberpunk DLC soll sehr gut sein. Sehr gut. Habe ich gelesen. Habe ich gelesen, ja, gestern. Und... So, ich nehme ihn wieder... Na, verkrüppelt der Boss. Er kommt mit der zweiten Phase und ich komme mit dem zweiten... Und ich werde zu zweit kämpfen. Ganz einfach. Du hässliches Missfiecht. Ja, genau. Ich habe vielmeragen. Du hast... Du hast... Ich habe vielme求. Du hast... Du hast... Welten. Du hast... Du hast... Du hast... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Geist, ey, was der Geist ausmacht einfach. Ne? Krass, oder? Heftig. Das war jetzt der erste Boss in dem Durchlauf, den ich jetzt mit Geist gespielt hab. Und jetzt, der stage ist set. Der macht's, der hat auch sehr viel ausgehalten, ne? Auf jeden Fall. Der hat was sehr... Und ich steh nur noch da. Ich seh, er hat nur noch so viel Energie und... Na, so hab ich gedrückt, so. Ach, geil, ey. Ne? Also, ich hab den Geist nicht so gut eingeschätzt. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Und so krass, was der aushält einfach. Der levelt ja automatisch mit, denk ich mal, ne? Ne, bin ich nicht, Alex, ey. Ich hab ja heute wieder neu angefangen. Ich hab jetzt wieder ein Rapier hier genommen. Ne, bin ich nicht. Jetzt bin ich mir absolut sicher hier mit der Klasse. Hier bin ich mir absolut sicher. Hier. At the house. Welcome. Ich hab' den Kaffee, aber der Kaffee, ich hab' Angst. Alter, er kommt mit zweiter Phase. Und der Boss denkt, ich schau' mir das mit an. Hey, da hol' ich mir klar noch jemanden dazu. Bei den anderen ist okay, aber nicht der mit zweiter Phase. Er hat hinten auf dem Rücken, hat er noch jemanden, der auch noch schlägt. Das ist schon krasses Gamer, muss ich sagen. Der hat hinten Unter offset. Was wird das, was mir gebrochen. Ich hab' den, den Rücken. Aber ich nehme mir. Ich bin mir egal. Ich bin mir egal. Ich bin nass, ich bin egal. schon heftiges game vom schwierigkeitsgrad heftig schon das schwierigste was ich gespielt habe müsste ich schon fast sagen ich sage es euch nicht mal bei sekiro habe ich mir so die zähne ausgebissen wie hier krass einfach altar des erzbischofs machen wir gleich weiter oder wenn ich die platin will muss ich ja noch mal zweimal spielen ich hätte glaube ich mit dem mit dem video spielen soll für die ganze nebenmission das war in zwei durchlaufen scheißegal drei malen oh oh das hat i thought i was sure i don't need you and you don't know who i am i'm ali i'm looking for do you know of a hotel craft of course a haven for all and it's still safe and sound you say i have a lot of searching ahead of me so why don't i lighten my load consider this an act of charity but thank you gift take it since you're so help da kann ich die dinge jetzt eintauschen etikette das ist so ein ding an umbrella oder drei zack des bund der skaliert auf technik stumpfe eine stumpfe waffe was ist das ok man muss sowieso zweimal durchspielen weil das teilt sich ja schon mal die seele und ich werde wahrscheinlich auch alle alle amulette brauchen davon werde ich einfach mal ausgehen aber ich brauche auch alle waffen ne aber ich bin ich irgendwie macht mich das ab지를 aber ich ab und ab 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 das ist sehr gut für mich weil ich benutze es nie die dinge habe ich immer aufgeladen okay es ist nicht schlecht es hat nur stich es hat aber stich und hieb wisst ihr was ich gehe auch noch mal sicher natürlich obwohl ich brauche sowieso alle waffen deswegen kann deswegen ja ich hole mir ich hole mir die ganzen waffen erst um dann im nächsten durchlauf wo ich mir die amulette was sind es für studios überhaupt ich kenne die nicht ich muss sagen klasse einfach was sie hier gemacht haben weil das spiel ist wirklich komplett er ist es echt ein gutes geben hier fehlt hier fehlt es dann gar nichts krass was machst du mal lutscht du ihm ein oder was bist du eklig mann steh auf das hätte ich gerne ja Vielen Dank. 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 Was schreibt er schon wieder? Ein Moment. Okay. Was ist Schaden ey? Was ist Schaden? 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 Ich muss mal vergleichen. Was ist Schaden? Was ist Schaden? Was ist Schaden? Aber vergleichen. Aber vergleichen. Was ist Schaden? Das Amulett benutzt. Das Amulett benutzt. Ein Moment. Deswegen habe ich den Schwischstand hochgeladen. Genau. Und das ist jetzt. Und das. Ah fuck. Zack. Boah. Das Gewicht. Das wiegt einfach mal. Was ist Schaden. Boah. 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 Alter Schwede ey. Okay. hochgeladen. Ich bin nicht noch mal. knew different from homeうんiscy, so Igitt話 plan geht. hab du nicht noch Zeit νiscy, so figured ich daran Lynette auch unky? ich überlege gerade ich ob ich das amulett weg geben soll ich müsste ich werde nicht drum herum kommen ich muss ich muss noch den maximale ladung ich sehe es kommen ich ich schwere jetzt erst mal weiter ja ich spiele erst mal weiter sie war verquält mir halt noch die ist schnell die ist krass sie war für euch die spielt dies die ist heftig ich finde die heftig und das amulett das habe ich das richtige ne dann bleibe ich so ich verbleibe so genau ich lasse es jetzt krieg ich ein problem aber mit meiner ausdauer aber alles gut ich schlage einfach nur gezielt darauf ist ja meine große stärke die waffe taugt mir übel die Nein! Ach, das ist ein großer... Missgebunden Game, was soll ich sagen? Die drückt mich gegen den Stein? Ich hab... Ey! Ey, ich sag nichts mehr dazu! Ich sag nichts mehr! Ich sag nichts mehr! Ich sag gar nichts mehr! Ich sag 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 nichts mehr! ich habe man den siegeln geschießen oder was Er macht mir noch was blatt. Der war vorhin aber nett. Der war vorhin. Guck mal, auf engstem Raum hier, was soll das, Mann? Was ist das für eine Scheiße schon wieder? Ist das anstrengend. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Scheiße? Wo war denn der Wolf? Woher kamen er denn? Da unten. Schau mal, ich bleib hier überall hängen. Überall. Überall bleib ich hier hängen. Ey, fuck you man, du kannst mich mal am Arsch lecken ey. Das ist voller Scheißdreck ey. Ja, der Crew ist langweilig. Piss Game. Ich weiß ja, vielleicht soll ich doch... Die Waffen wechseln und den Schirm nehmen. Ich weiß ja, was ich wollen. Guck, ich bleib schon wieder. Schau mal. Schau mal. Guckt. Schau mal. 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 Ich bleib lieber beim Rapier. Ohne Freuze. Ich bleib dabei. Ich. Ich bleib dabei. der sperr der fühlt sich der ist schon nicht schlecht oder dieser dreizack aber ist auch nicht schlecht ja ich denke schon dass er gut sein wird was ist passieren was ist passiert warum bin ich wieder hier das ist halt richtig krass das ermöglicht ausweichen selbst bei niedriger ausdauer das heißt ich könnte und könnte trotzdem ausweichen da muss ich selber lachen hier sagt mir gar nichts zu das können nicht schlecht sein flamme des königs das brauche ich sowieso nicht heilige schritte arche das kannst du dir sonst wo hinstecken schadensreduzierung beim blocken 71 prozent das ist krass das ist wirklich heftig ich denke mal das ist ein großschwert zwei händig so ich werde auf jeden fall mir erst mal nichts holen es ist halt mal das skaliert sogar mit auf entschlossenerheit sogar noch ein bisschen das ist auch nicht verkehrt regenschirm oh mein gott wo bin ich hier gelandet man jetzt vertötigt ja wie lustig das aussehen würde na ich komme in einem boss fight rein jetzt mal aus der sicht des boss gesehens na wenn ich reinlaufe wie sieht es wohl aus wie wenn wenn da einer reinläuft und regenschirm also wenn ich der bosse würde ich mir denken was bist du für ein spaß siehne ich muss auf jeden fall ganz ja das kommt ja das ist ja 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 Ich gehe jetzt zurück. Ach, der Wolf ist jetzt auch im Hotel. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was? Um 17 gleich? Really? Heftig, man. Heftig. Heftig. Einen Griff? I know my way around. Einen Griff drauf gehen? Ey, ich kann... Das kann ich dann auf S einfach. Hätte ich gewusst, dass ich die Waffe krieg. Aber ich krieg wahrscheinlich noch eine Technikkurve bestimmt, ne? Krass. Ach, und damit kannst du es dann noch umskalieren, ne? Sehe ich gerade. Das wird als Dolch eingestuft. Klingeltyp Dolch. Aber wartet mal. Verkaufen. Ich zeig euch noch was. Bauch ich sowieso nicht raus. Neu. Raus. Neu. Raus. 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 Ach so, was gibt es auch? Das ist ja nicht... Okay, habe ich nicht gewusst. Raus. Ich brauche jetzt jeden Cent. Raus. 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 Ich zeige euch auch jetzt, warum. Because. Denn jetzt brauche ich. Boah, 3000. So, gehe ich jetzt zu ihm. So, gehe ich jetzt wieder zu ihm. Ich habe ja schon zwei, ne? Nee, nee, ich brauche beide, okay. Sorry. Sorry. Welcome. Welcome. Awesome. I know my way around. 132. Sehr schön stärker. Aber jetzt brauche ich halt vier Stück, ne? Vier Stück. Und ich brauche noch eine Technikkurbel unbedingt. Oh, davon hast du ja keine mehr, ne? Oh, gut. Stopp. 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 Das kommt raus. Ablegen. Und weiter geht's, würde ich sagen, ne? Genau. Der Griff, der macht's auf S, ne? Dann wäre es okay, ne? Woah. Mm-hm. 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 er hängt schon wieder sein ganzes leben er hängt sein ganzes leben schon da oben und wartet jetzt sein ganzes leben auf diesem moment dem moment dass ich da jetzt durchlaute und dann kann ich endlich runter an der mei umbrille hier geht es auf jeden fall ab aber mir gefällt es ich mag das spiel krasse ist auf jeden fall mein geheim favorit auf das spiel des jahres ich finde es unglaublich gemacht hier passt also was hier entwickler hier gemacht haben doch ja 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 ich mache ich meine Ich mache immer den selben Fehler. Ich mache immer den selben Fehler. Was der krass, ey, der Bär. Ich würde gerne um ihn herumlaufen, aber das darf ich ja nicht. Darf ich nicht. Was ist wirklich ein krass? Ich komm nicht, ich muss noch gehen. Ich kann mich da nicht drücken, das funktioniert hier nicht. Das ist das Problem. Alter, wie stark war denn die Attacke bitte jetzt? Der fängt mich voll mal, der kleine Knuddelbär. Gibt es ein Pokémon, das so aussah wie ein Bär? Pokémon? Ich überlege gerade. Ich kenne alle Pokémon, der blauen und roten Edition. Aber da war jetzt kein Bär dabei, oder? Okay, ich bin wieder tot. Okay, ich bin wieder. Das war's für heute. 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 Oh, I need this shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das erinnert mich voll an Resident Evil 4 hier. Das Ganze. Diese Gegner, wie sie angezogen sind. Genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so Resident Evil 4 hier, wo ich bin. Oh, ich sehe gerade was. So, das war's. Das war's für heute. 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 Ich benutze sowieso kaum. Ich benutze sowieso kaum. Viel zu selten. Das war's für heute. Ich benutze sowieso. Ich benutze sowieso keine Wurzeln. Ja, ich weiß nicht. Ich benutze sowieso. Ich benutze sowieso. Ich benutze sowieso. Ich benutze sowieso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ich habe gedrückt ich habe gedrückt du kleine du kleine die hat mir alles kaputt gemacht diese kleine Göre meine schuld ich hätte einfach hingehen sollen ellenbogen check dann wäre sie tot gewesen jetzt weiß ich auch warum der Aufzug hier wisst ihr was mein Problem ist beim Außen ich kann es nicht hier ist wirklich nur ganz kurz antippen ich halte immer ich finde es ach so nochmal erstmal steche ich euch ab wo seid ihr erstmal kommen hier hoch die hässlichen Mongos du bist der aller hässlichste und du bist hässlichkeit sein Vater und du die Mutter das hat er vorher nicht gemacht hey Kumpel hey Kumpel hey Kumpel hey Kumpel jetzt verzögert jetzt verzögert auf hoch ja weg hin da Jetzt verzögert zu slumhütte Da sitzen die ganzen Slum Bitches in der Slumhütte Fuck, ist der crazy, Mann Fuck, hier laufen nur gestörte rum in dem Spiel Das Spiel ist schon richtig kaputt und hier, ne? Fuck, hier laufen Also würde es die Disziplin Synchronrennen bei der Olympia geben dann würden die auf jeden Fall dabei sein. Habt ihr gesehen wie die gerade synchron hergerannt sind? Synchronrennen Da muss ich schon selber lachen. Aber lustig ist es nicht. So, Hopplers Brücke Regen wieder schön nach. Servus. Oh shit. Was ist das? Ist das? Er wartet da oben. Er sieht mich. Er macht auf und er rennt auf mich zu. Was soll das da sein? Für ein Logo auf der Flagge. Mike Check 1212 2 Der Schirmkasten muss ich sagen, der Schirm. So, ich würde mich auf jeden Fall mal über so ein kleines Lagerfeuer dazu freuen. Na, Geduld, klar, Geduld. Ich bin gerade locker und lässig drauf, das ist die Uhrzeit, 2.37 Uhr. Ich weiß nicht warum, aber um diese Uhrzeit blühe ich jedes Mal erst richtig auf. Wisst ihr, was ich meine? Na? Ist immer nachts. Immer nachts. Shitbitches. Was ist jetzt? Okay, erstmal hoch. Rückwärts. Aha, Lara würde ich wieder sagen. Aha. Die kleine... Oh shit, oh shit. Okay, ganz krass. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Oh, das ist knapp. Das MM Mike steht für 24 Stunden geduldig. Sexgott? Ja, ja, nicht schon zu schön, eigentlich, ne? So, oh shit, das sieht aus, als wenn ich da runter springe und würde ich Energie verlieren. Oh, wie schafft das? Okay, das war knapp. Ich muss erstmal durch haben. Okay, aber das ist so typisch Souls-like, ne? Wer kennt das nicht? Mit einem Bein steht man hier auf festem Untergrund, sag ich mal. Und das eine Bein, das steht einfach in der Luft. Aber er ist so perfekt ausbalanciert, dass er noch gerade stehen kann. Ne, schau dir an. Das ist so typisch, ne? Ach, geil, ey. Ne? Oh, da vorne, ich sehe schon. Oh, die Gang ist am Start. Ne? Ich würde sagen, ich werde mich mal passend dazu ankleiden. Ne? Ihr wisst, wie es ist, ne? Hallo, ich gehöre zu euch. Was ist das? Wieder von der anderen Seite, ne? Ja. Hallo. West Coast auf jeden Fall. So, wait, you came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. Look at you, who will intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our card? They're the black craft. We heard their all you have to do. You gonna do it? Smart choice. Look at our smart. Heh. We're no slouches in the fistycuffs department in a pitch. So, jetzt kommt wahrscheinlich eine Nebenquist. Ah. Die Waffe gefällt mir, die ist so lang und spitz. I like it. Let's... I like it. What do you think? The body. How are you, Gamos? Oh shit, die Gang ist am Start. Ich brauche ja gerade nicht so lange, das bin ich ja gerade nicht gewohnt hier, ey. Na? Was ist hier los? Krasse ey. Abgestochen wie in London oder Frank-Laubmann-Uf, ja? Definitiv. Na, mit der Crew am Start auf jeden Fall. Also, ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit denen. Könnten die mal mitlaufen. Stopp. Hey, das muss doch irgendwo einen Haken haben, oder? Dass die mitlaufen. Hey, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Boah, ich finde es klasse, ey. Boah, das ist schon ein Machine Game. Machine Game. Für mich, ne? Hier müssen wir es so sehen. Für Zuschauer, die mich noch nicht so lange kennen. Auch wenn ich hier ausraste und sage, ich werde nie wieder ein Souls-like danach spielen. Und ich hasse es, ich würde es töten. Dies und das, das sage ich immer, weil ich meine Gefühle nicht kontrollieren kann, wenn ich ausraste, ne? Ich kann, servus. Servus. Na, aktuell nicht. Nicht noch. Es war krass, aber es geht mittlerweile. So. Ne? Bis jetzt geht's noch. Ne, es ist echt schon krass, muss ich sagen. Also, das Schlimmste war dieser Feuerboss, ne? Der Feuerboss. Also, dieser Feuerboss. Der war, der ist so eklig gewesen, ne? Stopp. Falsche Richtung. Girls, auf geht's. Also, der Feuerboss war schon... Also, der Feuerboss war schon, ne? Ja. Ja, war hart. Woa, hold auf. Es ist schon ein paar Zeit, mein Gott. Ich muss mich nicht aufpassen, ich muss mich nicht aufpassen. Ich nehme die Hande und nehme mich auf. Ich nehme die Hande und nehme mich auf. Ich nehme die Hande und nehme die Hande und nehme mich auf. was wir durch die kleinen oder die laufen schon nicht mehr weiter das ist halt überhaupt mitgelaufen man muss jetzt am liebsten beide abstechen sagen wir jetzt nicht das war's das war's ok hat es erledigt was war das war die fette wieder was größeres ich höre da was laufen die schmeißen da oben mit der kotze das ist der wahrscheinlich schon wieder sein schild macht deswegen laufen die nicht will weil die haben keinen bock das kann ich mir vorstellen das ist ein richtiger bullshit jetzt da gibt er wohl schon ne 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 so am liebsten das ist mein mutiger äh äh schade dass ich nicht runter piercen kann oder so nach das hätte ich auf jeden fall verdient da unten ist nein so hilft nichts online stopp 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 erst mal die mögliche die zeit nehme ich mir ja 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 Das war's. Ja, schon wieder eine ganz krasse. Das war ein ganz anderer wie vorhin. War wahrscheinlich sein Bruder oder so. Alter Schwede, ey. Aber ich hab auch wirklich jetzt nur noch drauf gehauen, ne? Was hab ich da gekriegt? Amulett? Brau ich eigentlich nicht, ne? Aber... Doch, ich mach das rein. Was soll ich sonst reinmachen? Das kann man denn gucken, das ist sowieso schon rum. 12.000 Pumle. Ich muss sofort hier weg. Sofort. Oh. Wer weiß das Richtige hier? Welche Antwort ist hier richtig? Wer weiß das? Now, do pay attention. You won't wanna miss when the king of all riddles says... Wo weiß das nicht? Wo ist das? 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 Das stimmt, hast du verletzt? Hast du verletzt? Du besser nicht verletzt. Du bist irritativlich gut an das. Oder bin ich... Oh, impossible! Ich bin der Gang of Riddles. Und du bist... Du bist... Du... Keine Entschuldigung. Du bist sehr glücklich, improbably brillant, oder eher wahrscheinlich, du verletzt. Aber ich würde nie einen solchen Begriff in einer Kultur, in der Dueling und sie ist immer noch ein acceptable Method zu lösen. Ich bin der King of Riddles, nicht der King of Swordplay. King of Riddles? Riddles? Ja, halt es mal. Reicht wiederkommen. Irgendwann haben wir es noch genug mit dem Gelaber. So... Ah... Aha... Sehr gut. Sehr gut. Er ist nicht alleine. War klar, du Munger, ne? Gζiet. Höetigaer. Hö�. Höch. 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 Oh, da muss ich hier aufpassen. Da ist... Was ist mit hier? Wo war das? Hier. Catwoman? Catwoman für Arme, oder? Sichel Mohnstein? Ich brauche aber den anderen, ne? Ja. Ja. Ich brauche das. 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 Also die Waffe hat sich gelohnt. Ich brauche das. Definitiv. Trastvolles Ergofragment. Ich brauche das. 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 Sagt die Uhrzeit? Oh, ich stream schon 8,5 h. Eigentlich kann ich gleich wach bleiben, oder? Auch kann ich mal schlafen gehen. Hat sich schon wieder erledigt? Er hat gar nichts mehr, ne? Jetzt fehlt noch der andere. Der wird wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite sein. Achso, ich habe Quarz, ne? Genau. So, was nehme ich? Er ist schon eine bestimmte Menge. Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Da habe ich jetzt schon öfters Probleme gehabt. Große Gegner hauen mich sofort auf den Boden. Dann braucht er erst mal 30 Jahre, bis er aufsteht. Ja, das wäre halt schon besser, ne? Noch so ein Amulett. Ja. Oh. Kann ich das jetzt zurück, 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 zurück? Das kann ich nicht mehr verändern, ne? Achso, ist der jetzt so kleiner. Ich zeige mal, wie der Herrschung vom Putzer. Das ist nicht verkehrt? Das ist nicht mit No. Aber das kann ich nicht mehr weiterkamen. Achso, ist der? Du denkst denn mal, wirst du nicht zu kommen? Ja, es nicht mehr tun. Das ist, wo du in noch Bleib saß использовать. See, die haben wir die吧. Wunderschön. ausdauer verbrauch und sprinten reduzieren verbrauchsgüter das ist jetzt wieder so knifflig also davon nein das fällt schon mal komplett raus das ist okay brauche ich nicht weil ich spiele mit einem rapier deswegen ist egal oder mit regenschirm auch nicht nein auch nicht was ich habe nicht genug quatsch was soll das so ich habe mir genau das andere brauche ich auch noch krasses game einfach oder überwältigt heftig heftig das für 60 euro na manche hals auf schneider verlangen 80 euro mittlerweile 110 für eine ultimate edition vorhin habe ich doch so geschändet über das spiel jetzt am liebsten aus dem fenster geschmissen ach man ist schon echt krass wirst du noch das ist das weißt du was silent das glaube ich dir sogar das glaube ich dir sogar das glaube ich dir sogar das glaube ich dir ich will es nicht aber mir bleibt nichts anderes übrig so das war es ich habe nein 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 meine punkte ich brauche ganz wichtig ich bin das doch auf eskaliert na es wird richtig heftig ich brauche 4.000 punkte ich denke mal das sind die drei wichtigsten in den resten das ist alles für den arsch mit schluss nein mit schluss mit schluss mit schluss mit schluss ich würde sagen zurück zurück Was hat mir mal Buber geschrieben? Moment Deswegen sage ich ja, hier gibt es nichts, wo ich jetzt sage, okay, doch eine Sache gibt es für mich, aber die fällt kaum auf und zwar ist es, dass man hier an vielen Stellen hängen bleibt, man kann nicht durch die Gegner laufen, ich muss sagen, es geht mir schon auf den Sack. Aber sonst, das ist auch das Einzige, sonst gibt es hier gar nichts, 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 gar nichts gibt es hier auszusetzen, nichts. Ich dachte, es gibt keine mehr Überzeugungen. Ich liebe es ein bisschen... Bist du mit der Black Rabbit Brotherhood? Ich mag deine Honestheit, Kind. Wenn du mir ein bisschen was gibst, ich fühle mich an dem, dass du belongst. Just show me your Sincerity. Oh, ich habe komplett vergessen. Let's keep this between you. Davon brauche ich auch alle, ne? Schock-Kartusche? Schock, wie das kommt hier dann wieder was mit Schock oder so? Wurfkugel? Es sieht aus wie mein Hugo Boss Parfum. Diese Flasche. Ohne Scheiß hier. Ohne Scheiße. Sieht aus wie diese Hugo Boss Flasche. Ich müsste euch eigentlich mal zeigen, ne? Okay, wir haben das Brombe... Brombeerkrumpsch... Damit kommen wir wahrscheinlich Brombeeren. Wo wachsen Brombeeren? In Büschen? So, ich bin jetzt ruhig. Muss, glaube ich. Nicht, glaube ich. Stopp. Darunter muss ich. Ja, oder? Ne, warte mal. Hä? Hä? Was ist hier los? Achso, von da kam ich doch. Und... Okay, jetzt weiß ich wieder. Alles gut. Hat sich... Ich war gerade ein bisschen, äh... Gewiss schon. Dann geht's. You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me. I don't impress easy. Was kann hier bloß kommen? Was kommt hier denn bloß? Wir sagen mir nicht, ich darf gegen alle kämpfen. Doch, ich darf. Okay. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Okay. 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 Ich bin der Wettbewerb. timeout team besprechung das heißt ja weil die mongos zu dritt sind habe ich gesehen ihr wisst ja nach chancengleichheit ich hole mir auch jemanden weil das ist das könnte sich in den arsch schrecken so was wieder ich weiß nicht wie sieht denn aus was soll ich weiß Was ist denn das überhaupt so? Hey, was ist die große Idee, die uns hinterlassen? Oh, ich wusste, wir sollten ihm nicht vertrauen. Lass uns hier raus und diese lösigen Bumse das Geld machen. Hä? Was ist denn das? Ich hab noch einen. So, hab ich ja kaum welche verbraucht, ne, in dem Durchgang. Bring it on. Du wirst nicht sehen, dass du nichts mehr sehen kannst. Du wirst nicht aufgeregt. Ich hab noch einen Rennen. Weiß noch nicht. It's my turn! Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Das ist so ein Ding, das bringt mich voll zum Ausrasten. Was soll das? Das ist eine richtige Opferaktion. Das ist der erste dicke Minuspunkt von mir. Was ist das für eine Opferaktion einfach? Reicht nicht einer? Zwei? Nein? Fünf? Was ist das? Was ist das für eine Pussy Scheiße? Na, da kommen wir wieder zu dem Thema, da spiele ich lieber UFC. Eins gegen eins. Und dann gehe ich in den Boxring. Aber so eine Pussy Scheiße. Also da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Was ist das für ein Pussy Scheiße? Das ist nicht einfach. Also sorry. Was ist das, Mann? Was ist das? Was ist das, Mann? Was ist das... Jetzt nicht um 3.17 Uhr. Das hätte aber auch wofür kommen können, oder? Ja, jetzt umso öfter als ich jetzt hier verliere, umso schneller lassen meine Kräfte nach. Na? Aber die hätten mir geholfen, die Weiber, ne? Irgendwas habe ich hier verkackt mit denen. Irgendwas habe ich verkackt. Weil die hätten mir geholfen, das weiß ich. Aber die sind jetzt weg. Jetzt soll ich den Scheiß alleine machen. Boah, ist das hängen geblieben, ey. Kann mir keinen zweiten drucken, ne? Boah. Boah. Was geil, wo ich anfangen soll. Bring it on. You ain't seen nothing like that. Boys, come! Go! Move from me, Bobby! Move from me. Das war's für heute. Das ist dummes Traumkipp, das war's für heute. Das ist dummes Traumkipp, das war's für heute. Das ist dummes Traumkipp, das war's für heute. 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 Sollte zum Thema Backstab, oder? Knock him up, bro! Was ist das für... Was ist die Gangster hier, oder? Okay, mal kurz. Come on! Mit Mitniden mit den anderen! Don't you wanna play with me, Mr. Puppet? Demonstration! Who wants... Ruh, 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 Ruh. es nervt mich aber ich kann nichts machen das ist ja das schlimmste an der ganzen es ist bring it on das ist so ein den geist den kannst du in die tonne schmeißen weil na er der wurde schon extra so gemacht nach dass der geist auch wenn er dabei ist er bringt nicht viel weil er schwingt sich dadurch greift automatisch auch nach hinten an es ist so ein scheiß einfach nur ist das nervig ich sag so wie kostet jedes mal kraft jetzt werde ich müde das heißt ich kann es vergessen heute ja 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 Achtung! Oh, no! No, kibere! No! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ein kleiner Bastard, Mann! Was meine Mutter prägt, ey! Ich kann nicht mehr anfangen! Er zieht sich, Mann! Habt ihr das gesehen? Soll ich irgendwas sagen? Soll ich irgendwas sagen? Ach, schießen auch noch? Waren schein keine Ahnung! Ich bin ja weg! Ich bin ja weg! Waren! So this is Geppetto's Puff now, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. That's right, though, the kind of boss. Es kommt gar nicht mehr aufsender. Oh, das ist mein Bidnis so weit. was soll die scheiße was ist das für scheiß also sorry das ist übertrieben das unnötig dumm das ist auch unnötig dumm für mich ich kann es anders wie soll ich es anders so 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 lauter sachen zu schmeißen der hier da oben das habe ich mir vorhin schon gedacht weil für die normalen die sich nicht so 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 Manni zurück Das ist krass Wenn man weiß, wie Die sind extrem einfach Extrem Extrem schon Oh, okay Mm-hmm Oh 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 Sohle, Schalamin mache ich wahrscheinlich seine Waffen kaputt, ne? Sohle, Schalamin. Sohle, Schalamin, 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 Schalamin. Sohle, Schalamin, 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 Schalamin. Sohle, Schalamin, 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 Schalamin. Sohle, Schalamin, Schalamin. Sohle, Schalamin, Schalamin, Schalamin. Ich muss mir das auf jeden Fall merken. Das kommt als erstes. Elektro-Schalamin. Elektro-Schalamin. Das ist das. Das. Danach das 3er. Die Kugel. Das ist... Okay, das kann ich mir merken. Ich muss halt irgendwie jetzt mal rumprobieren, ne? Ey, das ist schon krass der Kampf, ey. Richtige Mongos einfach. Kommt da die ganze Gruppe einfach. Das regt mich voll auf. Das ist genau das, was ich nicht leiden kann. Das Allerschlimmste. Einer ist so. Okay, aber warum gleich so viele? Ich meine, man kann die auch backstammen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Weil das ist meistens so. Ich weiß nicht. Bei irgendeinem Spiel vor kurzem, das ich gespielt habe, da habe ich den Boss getündet und dann sind die anderen auch verschwunden. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das habe ich mir schon gemacht. Bring it on. You ain't seen nothing like the others. You ain't seen nothing like the others. Wait, mine! Mine! Move for me, Bobby! Come on! You played nice with the others. Don't you wanna play with me, Mr. Puppet? So there's a good fight there. Survive and win. That's it. Oh, that's it. Nice, right? Er hat das letzte wie vieles abgezogen hat. Und deswegen war der Händler da. Deswegen ist der Händler da oben da. Ich muss mir auf jeden Fall dann merken, ich muss das nächste Spiel durchlaufen, was ich mit dem Videoblade mache. Ich hoffe, Powerpicks hat dann irgendwas. Krass, wie einfach. Ich schmeiße ein bisschen was rum und er ist hier schon am abkratzen. Und ich bin hier am ausrasten. Ich hätte hier am liebsten auf den Controller geschlagen. Auf den Tisch. Wenn ich könnte in den Monitor. Das können wir mir glauben. Aber krass, ne? Der war fast tot und auf einmal sind alle unten, ne? Alle! Wo denn? Dort? Okay, das ist schon mal so eine Anspielung. Ich verstehe. Warte mal. Ich will meine Punkte noch ausgeben. Mal schauen, was die kleine hat. Nichts. Gar nichts, Mann. Nichts. Nichts. Nervt mich nicht, wo ist ja gar nichts. Stopp, es fehlt aber noch einer, ne? Wo ist denn der andere? Da hinten ist er. Oh, es ist dich. Ich bin der Halt. Niemand mit einem Wettbewerb. Es ist egal für dich. Okay, werde ich keine mehr brauchen. Kann mir sowieso nicht. Amulett des namenlosen. Bei Verwendung von Pulsimschiner schon ist es keine Verbrauchung. Das benutze ich auch immer weniger mit den Blocken. Weil die Feinde immer, die Bosse werden immer behinder. Von Boss zu Boss. Nur noch Idioten, ne? Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Komm, hopp. Zwei Level. Ja, jetzt wird's schon weniger. Jetzt ist es elf nur noch. Elf. Vor allem waren es zwölf. Elf. Zwei. 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 L Pompe. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... right? Quarz. Jetzt müsste ich eigentlich zurück, na? Ja. Ich kann sowieso kein... Ja, jetzt... doch, ich könnte eigentlich... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ö 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 Ï O Ö 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 ÖÖ Ö 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 Du hast keine Ahnung, wie glücklich ich dich zu sehen bin, Herr Stalker. Hallo, ich werde... Aber ich kann nicht... Ich hörte, ich interagiere. Ich hörte... Wauw! Ich habe nie gedacht, dass ich das Gold-Koin-Tree in einem Ort wie dieser gesehen habe. Ich verstehe, jetzt bin ich hier. Ja, das war diese Tür... Ne, ne, stopp, stopp, war es eben nicht. Da ist ja immer noch eine Tür, die da hinten... Ich würde jetzt mal... ...zu dem Crack-Hit... ...zu dem Crack-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit-Hit. Genau, das habe ich. Das ist wohl schon... ...vom Sprinten... ...das brauche ich auch nicht. Das vielleicht... ...mh... 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 ...und... ...verwältigen... ...angrief... ...mal hin... ...mh... ...schirschlau im Fall... ...werder ein perfekter... ...mh... ...mh... Nö, Widerstand gegen Attributsleiden, das ist jetzt die Frage noch, schauen von nach dem Fall, also es hat mich schon manchmal in den Arsch gerettet, diese Pulszellen, wenn ich noch eine kriege, ich bin besser auf jeden Fall. Was habe ich jetzt? Das Gewicht gesenkt. Das bringt mir persönlich noch nicht viel. Krass ey, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier jetzt noch ein Baum kommt. Das ist hier mit verbunden. Das sieht so gut aus. Respekt. So, jetzt ist die Frage. Okay. Also nach oben. Okay. 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 Let's see. Okay. Hä. Nee, stopp. Stuck, stopp. Nicht hell! Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es... Oh! Oh fuck, ey. Jetzt wird es langsam ein bisschen... Hmm. Langsam. Na, das ist der Wolle. Wolle, es ist der Wolle, das ist der Wolle. Ja, die Wolle. Das war's, die Wolle. Die Wolle, die Wolle. Die Wolle. Die Wolle. Ja, ich bin gespannt. auf jeden fall nicht zu schwimmen von meiner waffe ganz ganz safe ich hätte nicht ausweichen können es gibt eine Frau zu trinken welches ich mich könnte ich eine richtige tippel es gibt ein... es gibt ein Wein der La Bleuille als ich kleiner war sie es den Rubais des Himmels ich bin sicher es gibt noch etwas in der Weinbauer in Lorenzini Arcade du bist ein guter Mann bring es mit mir und ich gebe dir etwas schönes ok, die wollen nichts mehr dies wohne spaß wunsch maschmas künftig Oh Gott, das ist ein Langsatz zu sehen. ich schläge ich schon brauche nein, nicht sicher einen von dem anderen brauche ich noch drei Stück und am besten noch eine Technik-Purbel war ich bescheidet krass, ich wollte es eigentlich entgegenlaufen und dann vorbeirollen weg weg dich weg 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 Was ist das? 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 scheiße manne schau mal den schaden an ich muss den formen unbedingt die steine unbedingt unbedingt ich brauche diese steine scheiße wo kriege ich die jetzt her schweb schweb so krieg ich ein problem langsam einmal kriege ich ein problem mit mir selber weil ich werde ich werde schon langsam so ein bisschen träge ich brauche jetzt für alles doppelt so lange ich merke schon aber ich spiele schon fast zehn stunden er droppt die siebte monschein es ist krass es ist krass es ist ab und ab und ab und ab und ab und ab es sieht schon so komisch was wir noch mal zusammenreißen jetzt noch mal hoch hier jetzt noch mal schiitt pats Was ist das? Was ist das? Siegeblatt? Siegeblatt! Ach, krass! Ich verstehe! Das liegt da unten, ne? Warum? Ich müsste mich jetzt noch mal zusammenreißen, kurz vor ein paar Minuten, weil dann kam ich nach. Was ist das für die Seite? 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 Ich habe gedrückt! Ich habe wirklich schon gedrückt? Oh, scheiß! Ich wusste, ich mache das jetzt. Krass, Mann! Ich habe das für die Seite! Ich habe das für die Seite! Ich brauche mir doch mal lieber mal so einen scheiß Mondstein, blöde Kuhmann. Was soll die Scheiße ey, was soll die Scheiße man, I need some Mondstein, Zwischenfarbe und Rosenallwissen bleibt ein Rätsel, Detektiv Kock. Ihr Kleinen Stopp. Oh nein, Mann ey. Oh nein, muss ich die andere Woche upgraden und mit der dann weiter spielen? Ey, schau dich mal an, ihr Bastard, jetzt komme ich hin doch, ich steche einen nach dem anderen jetzt ab. Wartet mal ab, ey. Wartet mal ab. Ich habe mir... Genau ey. Komm jetzt. Ne, ich mache lieber einen auf Splinter Cell. Ne, auf Sam Fischer, ne. Genau. Ich würde die aber trotzdem gerne abschließen. Bis dann. Komm. Wooppen! es war für vorhin die kleinen roten wo ist geschissen was meint ihr so? nichts? gut? so in Ordnung wo ist zähle? stop kaiiil Nicht geil. Wo war die Mund? Oh, you're walking about. My wife's body lies. I know she's gone. Would you bring me her... Thank you. Her body is on Rosa Isabel Street. I miss her so much. I miss her so much. Stop. Oh. Oh. I know my way around. Da kann ich sowieso nichts mehr. Genau, da fehlt eins. Da fehlen noch drei. Boah. Kann ich nicht ganz sitzen. So, was haben wir denn? Ich hab doch Technik. Knochen schneiden. Das krieg ich 8. Es geht sogar auf Technik. Da war halt nur B, ne? Aber... Ich sehe gerade... Das hat 24 plus 65. Das ist ein Großschwert. Warum bleibt die Ahnung? Das nervt mich. Das müssen sie auf jeden Fall patchen. Ich muss jedes Mal umschalten. Hier hab ich einfach nochmal 126 plus 158. 32 plus 15. 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 33 plus 15. 33 plus 15. 38 YOUTUAHNED 35... 36... 31... 38... Dann lieber der hat 118 plus 155. Der hat 118 plus 165. Ich muss sie auch holen. Scheiße, das nervt mich, ey. Ich kann hier aber auch nur einmal machen, danach ist wieder Schluss. Dann kann ich auch damit beider spielen. Strafgeschissen. 118 plus 155. 115 plus 56. 155 hat er in den Fall. Hm. Halbmondstein. So schon. Okay. Okay. I'll use mine. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. 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 Oh ja, es ist der Rottweil, es ist der Rottweil, es ist der Rottweil. Oh ja, es ist der Rottweil, es ist der Rottweil. Wo ist es hier? Oh ja, es ist der Rottweil. Oh ja, Es ist der Rottweil. Oh ja, es ist der Rottweil. es gehen in dem spiel überhaupt keine alu ich glaube ich sollte auch mal ausmachen jetzt mal 10 stunden Was für meine Säzende ist der Name der Säzende? Was ist das? 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 ich weiß nicht was auf jeden fall ich kann schon wieder nirgendswohin woher ist gegen mongo man es geht um schaden schläge was ist eine kiste gebrauchtes kondom wahrscheinlich oder so quatsch drei männer reingespritzt ich kann nicht mehr so da laufe ich aber jetzt durch den scheiß gebe ich mir nicht noch mal mit denen das problem ist dass die gegner immer ein ziemlich weit hinterherlaufen oder verfolgen die können ja nicht laufen die kribbel so 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 die stehen ungünstige mit so sagt so 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 krass stecken die sich sogar hinter kisten die haben wahrscheinlich kein zuhause deswegen sitze hinter der kiste genau das ist das hier perfekt geil sicher den monstern brauche ich auch nicht also beim boss ist krass mit der waffe wenn diese schwach bleibt So runter, ich komm. Oh, jetzt bin ich hier oben auf der Brücke. Oh, da hinter mir. Jetzt bin ich hier oben auf der Brücke. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Da fängt es schon an nämlich. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben auf der Brücke. 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 Deswegen sagt er, du brauchst ihn mehr wie ich. Es reicht jetzt, man. Her damit. Was soll ich jetzt mit dem Scheiß? Fuck, es wird schon 5 Uhr. Ich hab alles versaut. Ich weiß gar nicht, ey. Ist mein ganzer Rhythmus schon wieder am Arsch. Egal. Egal. Ups. So rund. Ich hab grad wirklich vergessen, wie meine Energie nimmt. Ich glaub, das ist ein Zeichen von Müdigkeit. Boah, ich war grad wirklich überfordert mit der Situation. Hier kommt wahrscheinlich irgendwas runter. Schaut der, die ich schon geahnt habe. Der sieht schon so aus hier. Oder? Ja. Den Ketten. Oh,ै. ich glaube ist meine zeit ist gekommen ich glaube ja so langsam stufe 53 läuft oder ich bin auf jeden fall weit gekommen dafür der crew motor fest motor fuhrt was gehen hier überhaupt ab der real boy mothafucker reicheres ende 08 047 01 tötet die nahtlose poppe das ist silber für den maximalen spiel das muss ich so machen das auch aktive phase 5 spieler perfekt wenn wir hier auf dem klavier im hotel ok 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 역 largo anstelle ok 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 okay ok kennt sie alle krypseser ok entdecke aller der dreifaldigkeit und dann warst du schon das ist halt voll viel oder ne ne doch nicht stopp stopp da champion victor champion ich würde sagen champignon tötet die bruderschaft des schwarzen kaninchens ich weiß wer es ist das schwarze kaninchen ist der häuptling gewesen den ich getötet habe und die brugerschaft das waren die anderen vier fünf spastis die bei dem dabei waren alle arten ok da fehlt mir einfach das ist viel das geht bei reset evil ab ich glaube ich soll los machen oder wir können ach komm ich will noch einen neuen spaß das schaffe ich nicht so i have to say thank you ich verabschiede mich von euch und du dazu dann